Der Star Trek Podcast mit Simon und Sebastian. Jede Woche eine neue Episode von 1966 bis ins 24. Jahrhundert. Ihr hört Trek am Dienstag. Einen wunderschönen guten Tag und frohes Fest, ihr Lieben, wenn ihr es denn feiert. Heute ist der zweite Weihnachtsfeiertag, wenn ihr diese Folge beim Erscheinen hört. Und es ist natürlich Trek am Dienstag Zeit, Folge 349. Und ich begrüße meinen persönlichen Weihnachts-Sanges-Knaben, der schön im Hintergrund Jingle Bells intoniert. Ist das, glaube ich, was ich da höre? Ja, Jingle Bells, Jingle Bells. Klingt aber, als hätte er einen Schal im Mund. Jetzt aber, jetzt habe ich es gehört. Ja, ich wollte das eher als Untermalung. Ja, hallo Simon. Ja, das ist doch gut. Das ist doch wunderbar. Hallo Sebastian. Schön, dass du auch da bist. Schön, dass ihr da seid und uns lauscht. Wir hoffen, ihr habt ein paar entspannte Stunden. Derzeit ist ja Feiertag, ob man es jetzt feiert oder nicht. Es ist Feiertag, gesetzlicher sogar. Das heißt, ihr solltet frei haben, wenn ihr das Glück habt, nicht einen Job machen zu müssen, an dem man halt feiertags arbeiten müsst. Aber auch, wenn ihr arbeiten müsst und uns hört vielleicht sogar dabei, dann hoffen wir, dass wir euch jetzt für ein paar Minütchen, Halbstündchen, Stündchen, ja, ein wenig ablenken können. Und ein wenig Freude in eure Lauscher bringen können. Ja, das ist eigentlich so das, was ich jetzt sagen wollte, Sebastian. Was ist es? Wie ist es dir? Alles gut? Ja, super. Wir haben ja eigentlich heute Nikolaustag, wo wir aufnehmen. Also vom 26.12. kann auch nicht die Rede sein, an dem ihr das hier hört. Aber doch, ich war heute schon so in so einer weihnachtlichen Stimmung, weil ich bin heute Vormittag ins Stadtarchiv gegangen, wo ich ja alle zwei Wochen hingehe zur großen Recherche. Und am Weg dahin habe ich gedacht, da arbeiten so nette Leute, die mir das ganze Jahr über immer helfen, den ganzen Scheiß raussuchen. Bin in die Bäckerei gegangen, habe für das Team Stukenkerle gekauft. War ich mal der Nikolaus, als ich da reingelaufen bin. Das war ein schönes Gefühl, ja. Da haben sie bestimmt gesagt, ach, Herr Göttling, das wäre doch nicht nötig. Aber Dankeschön, haben sie bestimmt gesagt. Ich habe extra die mit Puderzucker genommen, damit es so ein bisschen prekär ist, weil die hantieren ja auch mit so alten Dokumenten und so. Aber gut, es muss ja auch ein bisschen spannend sein auf der Arbeit, sonst wird es ja langweilig. Also ich muss sagen, ich bin heute überhaupt nicht in Weihnachtsstimmung. Ach. Also ich weiß, es war ein ganz normaler Arbeitstag für mich. Also das ist schon mal das Erste. Und das Zweite. Verzeihung, ich hatte was in der Nase. Und das Zweite ist, ich habe ja so einen Haribo-Weihnachtskalender, habe ich geschenkt bekommen und den mache ich immer auf. Und früher kannte ich das so von Weihnachtskalendern, dass am 24. und am 6. hast du so ein bisschen was Größeres drin in diesen Schoko-Weihnachtskalendern. Also meistens war es früher, am 6. war es irgendwie der Nikolaus. Und dann gab es so ein, weiß ich nicht, so was Größeres dann noch am 24. Stern oder so. Ein Weihnachtsmann oder ein großer Stern oder so Christkind-gegossen-Form-Schokolade und so. Aber in diesem Haribo-Kalender befinden sich diese kleinen Gummibärchen-Tüten, die ihr ja kennt, mit verschiedenen Inhalten jeweils. Da gibt es auch so Christmas-Varianten davon. Aber heute war so eine Packung Mao Amm wieder da drin, ja. Und Mao Amm und Weihnachten, da war ja noch nicht mal so ein Zintgeschmack oder sowas, sondern das war so Orange irgendwie, ne. Und dann dachte ich so, hm, als ich das so gemampft habe, das ist jetzt, also, ist nicht so besonders weihnachtlich, ne. Nö. Deswegen, das hat mich dann wieder so, hm, ja. Na gut, aber ich hoffe, dass es mir anders geht. Jetzt an diesem Tag, wo ihr das hört. Und falls ihr es dann hört, dann bin ich wahrscheinlich, ja, ich bin wahrscheinlich im Food-Koma und mir geht es dann gut, ja. Ja, das werde ich wahrscheinlich auch sein. Bist du so ein Adventskalender-Fan, Simon? Nee, eigentlich gar nicht. So, ich, ich, schön sowas zu haben, aber ich habe auch schon mehr als genug Jahre gehabt, wo ich keinen hatte. Aber das ist so, ja, ich weiß nicht, also Weihnachten ist immer noch schön. Also ich freue mich da auch drauf, weil man sieht halt die Familie und das ist so ein gemütliches Beisammensein dann. Aber so dieses, dieses Kindliche, oh geil, bald ist Weihnachten, das ist irgendwie, ist nicht mehr so da, ne. Nee, das ist, das ist nicht da. Ich finde es schön, dass so ein bisschen Ruhe einkehrt, generell, weil bei mir ist ja eigentlich immer gleich ruhig oder unruhig, aber ich merke, dass wenn drumherum die Welt ruhig ist. Und das ist schon schön und doch, nee, da freue ich mich sehr drauf. Und Adventskalender, bin ich immer, sage ich immer schon, dass ich den Leuten, sage ich immer schon, dass ich keinen mehr haben möchte, bitte. Ach so. Weil ich komme mir nicht nach. Eigentlich finde ich das ja nett, ist eine tolle Aufmerksamkeit, aber dann merke ich irgendwie so am 10., ah scheiße, hast du die letzten fünf Törchen nicht aufgemacht. Dann reißt du die auf und dann frisst du fünf von den Dingern da und fühlst dich auch irgendwie schlecht. Und einfach aufgrund meiner Vergesslichkeit ist das dann so ein, nur so ein halbes Adventserlebnis. Und dann denke ich mir, ach. Ich habe auch schon zwei Tage vergessen, Sebastian. Ich habe die gestern nachgeholt. Ja, siehste. Und wie hast du dich gefühlt dann? Vollgestopft oder so? Naja, das ist, ja, so diese zwei Gummibärchen, Tütchen, so Mini-Dinger, die sind ja weg wie nix, ne. Aber trotzdem ist das dann so, oh nee, hätte jetzt auch ein bisschen weniger sein können, da hast du recht. Naja, also es ist schon schön, aber ich hätte jetzt, brauche jetzt auch nicht zehn Adventskalender oder irgendwie sowas, ne. Das muss jetzt nicht sein. Geschenke alle beisammen? Äh, nee, null. Oh, null. Ich, die ist ja auch null. Noch nix. Also ich meine, gut, da ist man ja auch irgendwie die Kids und so, die in meiner Familie sind, die kriegen natürlich immer was. Und da macht man sich so ein paar Gedanken. Ansonsten ist das halt, ja, also, was willst du Leuten? Also es sind so kleine Aufmerksamkeiten irgendwie, ne. Aber so dieses, auch dieses große Geschenke-Ding, das mache ich ja auch schon seit Jahren nicht mehr mit. Guck mal, nee, mache ich ja. Da muss ich noch am Wochenende, muss ich mich mal hinsetzen, nehme ich mir mal so ganz konzertiert zwei Stunden und überlege dann. Und dann laufe ich los und hole das. Da brauche ich so Ruhe am Wochenende. Da muss ich mich inspirieren lassen. Ich hoffe das auch und bin dann meistens von einem Online-Shop. Aber, äh, ja. Ja, das auch, aber. Jetzt ist es ja noch ein bisschen entspannt. Und wenn ich das nächstes Wochenende vielleicht mal so hinkriege, dann bin ich, glaube ich, ganz happy. Also, das wäre schon ganz schön, ja. Aber während wir hier sprechen, schmort gerade das Essen vom ersten Weihnachtsfeiertag, was ich zu bereiten habe, drüben schon im Herd, in der Küche. Das kommt dann in den Gefrierschrank einfach, damit ich rund um Weihnachten nicht so viel zu tun habe. Oh, da bist du früh dran, ja. Ja, das habe ich, aber das habe ich mir heute so überlegt, weil nächste Woche passt so schlecht und danach weiß ich auch nicht, was ist. Deswegen habe ich ja, heute ist das so, ich, heute stand ich in der Stadt und habe gedacht, jetzt kaufst du den ganzen Karam ein und dann kochst du heute in der Mitte alles kurz und klein. Und das habe ich gemacht. Ja, sehr schön, ja. Dann lass es mal schön schmurgeln, ja, wenn du umrühren musst, kannst du auch machen. Das hört ihr, ihr kriegt da gar nichts von mit, ja, wenn er Sebastian mal rühren muss oder gucken muss, ja, oder nackeln muss. Ihr Lieben, wir haben eine vollgepackte Folge für euch heute. Wir sind ja wieder mit der Voyager-Crew unterwegs und wir stellen wieder einen Charakter etwas näher vor und Sebastian hat da wieder Infos ausgegraben. Ich habe das schon gelesen. Ich glaube, das wird ein ganz großes Tennis nachher, könnte ich mir vorstellen, ja. Wenn wir über einen der Charaktere überhaupt sprechen, an die ich sofort denke, wenn die Rede von Voyager ist und zu dem ich auch eine ganz innige Beziehung irgendwie pflege, kommt alles gleich. Vorweg noch eine Info. Ich habe gerade mal wieder geguckt, wie es so in Frankfurt aussieht, ja. Bei uns, bei Kartenvorverkauf von unserem Auftritt Dortmund, wie gesagt, schon lange ausverkauft in Frankfurt, weil die Halle auch ein bisschen größer ist, haben wir ein bisschen mehr Plätze, aber das wird voll langsam. Also das wird, da kommen jetzt, wieder welche dazugekommen, habe ich gerade gesehen. Wie gesagt, kann auch sein, dass alles weg ist, wenn ihr das hier hört, aber es könnte sein, dass noch ein bisschen was da ist. Falls ihr uns live auf der Bühne sehen wollt, nächstes Jahr ist es soweit, dann geht auf Track am Dienstag slash Frankfurt für den 7. April, ich habe es diesmal richtig gemacht, für den 7. April 2024 sind noch, Stand jetzt wohlgemerkt, Tickets verfügbar. Sichert euch eine Karte, das wird ein ganz großes Fest. Sebastian und ich, wir haben tolle Ideen, vielleicht blamieren wir uns auch völlig und vergessen alles bis dahin, aber es wird trotzdem, glaube ich, eine große Gaudi. Deswegen würden wir uns freuen, wenn ihr da noch mal schauen würdet, damit das auch richtig proppervoll wird. Das wäre klasse. Track am Dienstag.de slash Frankfurt 7. April 2024. Es ist ein Sonntag. Es ist ein Sonntag. Kein Dienstag. Kein Dienstag. Nicht am Dienstag dahingehend. Am Sonntag. Vielleicht irgendwie anders. Vielleicht das Varieté, das Weihnachtsvarieté tritt dann auf oder so. Vielleicht auch schön. Ja, aber wenn ihr uns sehen wollt, wir sind nicht da am Dienstag in Frankfurt. Nee, das ist richtig. Ja, so ist es. Schön, wenn ihr da alle hinkommt. Und vielleicht hat der ein oder andere das ja unter dem Weihnachtsbaum vorgefunden. In der Zwischenzeit wissen wir nicht, können wir nicht sagen. Es sind ja noch ein paar Tage bis dahin. Es sind auch ein paar Tage, ein paar Lichtjahre, ein paar 10.000 Lichtjahre, genauer gesagt, in den Delta-Quadranten, wo heute die fünfte Episode der ersten Voyager-Staffel sich zuträgt. Richtigt, am 13. Februar 1995 wurde sie versendet, genau wie die DS9-Folge DASTONY. Ja, und sie heißt The Cloud. Sebastian, erklär uns über die Lage in Germany auf. Der mysteriöse Nebel, heißt er auf Deutsch, erschien am 1. Februar 1996 in Deutschland auf VHS. Und das habe ich immer unterschlagen bisher, auch auf Laserdisc, ja, gab es auch für 49,90 Mark. War dann auch zwei Folgen drauf und Deutsch und Englische Tonspur. Aber ich hatte keinen Laserdisc-Spieler, hätte ich zu München gehen müssen. Der hatte einen Laserdisc-Spieler zu der Zeit schon, ja. Und wann kam sie auf Sat.1, Simon? Auf Sat.1 kam sie am 19. Juli 1996. Das ist ein Datum, da ist es immer aufgemerkt, ja. Weil da denke ich, irgendwas war doch am 19. Juli. Irgendwas ist doch. Und ich habe es leider schon mehrere Male vergessen und es mir einen Tag später eingefallen. Und ich so, scheiße, scheiße, es ist schon der 20. Juli heute. Am 19. Juli nämlich 1996. Da wurde unser lieber Sebastian 18 bis volljährig geworden. Das ist nämlich dein Geburtstag, der 19. Juli. Ja, genau. Und mein Geburtstagsgeschenk war The Cloud im deutschen Fernsehen. Das muss auch reichen. Das muss, finde ich, ist schon mal ganz ordentlich. Also, ne? Andere kriegen ja ein paar selbstgeschickte Socken, ja. Du kriegst The Cloud. Das Ganze basiert auf einer Idee von Brennan Braga. Ja, eine Star Trek-Version des Sci-Fi-Klassikers Fantastic Voyage, die fantastische Reise. Da spielt auch ein fantastischer Donald Pleasence mit, ja. Wenn ich das richtig, also ein super Film. Einer meiner, der will auch eigentlichen Kandidat prädestiniert für diesen anderen wunderbaren Podcast, den wir machen, die Zauberlaterne. Noch hatten wir ihn nicht drin, aber das ist auch so einer. Der ist auf meiner Liste. Ich sag dir aber nicht, wann ich den zucke. Ja, steht auch auf meiner Liste. Ja, mal schauen wir. Und jetzt kann ich ja sagen, du hast ihn tatsächlich vereitelt letzten Monat. Habe ich mir gerade auch gedacht, ja. Indem du gesagt hast, du wünschst dir nicht den Science-Fiction-Film aus den 50ern, nicht den aus den 60ern, sondern den aus den 70ern. Richtig, ja. Und hättest du gesagt 60er, wäre es Fantastic Voyage gewesen nächsten Monat. Wäre auch toll gewesen. Wäre auch toll gewesen. Aber Rollerball ist auch toll. Rollerball ist auch ein Pfund, ja, wie man so sagt. Fantastic Voyage, da reisen Donald Pleasence und andere in einen Organismus, ja. Die werden injiziert in deinen Menschen und müssen den dann irgendwie retten und so. Und hier ist es ja eine ähnliche Handlung im Cloud. Die Voyager reist in einen kosmischen Organismus, ja. Also man hat das Ganze etwas hochskaliert, möchte ich mal sagen. Und das ist nicht das erste Mal, dass ein Raumschiff das in Star Trek tut. Das war nämlich schon in den 70er Jahren der Fall. In One of Our Planets is Missing ist auch die Enterprise und der Kirk da reingeraten. Und da habe ich das erste Mal, Simon, als wir die Folge vor ein paar Jahren besprochen haben, das Wort Darmzotten gehört, weil sie sich da mit den Darmzotten dieser Wolke auseinandersetzen müssen. Ich erinnere mich tatsächlich, ja, wir hatten viel Spaß damit, ja. Ja. Aber ich möchte dem Brandon Braga ja nichts Schlechtes unterstellen. Trotzdem unterstelle ich ihm hier, dass der einfach die Animated Series nicht auf dem Schirm hatte. Und hättest du dem gesagt, du, da war schon mal sowas mit der Enterprise, da hätte er gesagt, ja und, mir doch egal oder so. Das ist eine Animated Series, mir doch egal, ja, ja. Ja, ist ja okay. Ich meine, die Animated Series haben jetzt nicht so wahnsinnig viele Leute gesehen. Also von daher, ich hätte mich wahrscheinlich auch nicht daran erinnert, muss ich sagen. Ich bin da ja, also du hast ja gerne Vergesslichkeit angesprochen. Bei mir ist das so, die Details sind manchmal schwierig. Selbst bei Star Trek, selbst, da brauche ich immer ein bisschen, bis da so die Schubladen wieder aufgehen und mir das alles einfällt. Aber jetzt, wo du es sagst und Darmzotte ist natürlich die perfekte Eselsbrücke für mich gewesen, mich an diese Folge zu erinnern. Am Drehbuch war auch, auch Tom Solosi beteiligt. Aber in welcher Form, das ist nicht bekannt. Wer ist eigentlich Tom Solosi? Ja, das ist so ein Typ, der schreibt später nochmal eine andere Folge, nur noch eine mit. Und der hat in seiner Vita so Sachen stehen wie A-Team, ich glaube auch Charlie's Angels, weiß ich nicht genau. Nightrider vielleicht. Aber als ich da so durchgescrollt habe, da waren nur so 80er Jahre Sachen drin eigentlich. Das ist schon ein älteres Semester eigentlich. Schon interessant, bevor du das erklärt hast. Ich hatte die Titel Musik vom A-Team im Kopf. Und dann war das erste tatsächlich A-Team. Also das ist auch schon manchmal gruselig hier. Die Story hatte zwei gewaltige Probleme, Sebastian, wegen derer Chefin Jerry Taylor und eben Brandon Bragard die Köpfe rauchten. Was war denn los? Das erste Problem war der Story-Entwurf rund um die Science-Fiction-Handlung. Hier diese Wolke rein und so. Wäre ohne Änderungen viel zu teuer gewesen. Mit viel zu vielen Spezialeffekten. Weil da stand drin, die fliegen da rein. Und dann ist da so ein, weiß ich nicht, Maul. Dann kommen die Darmzotten angeflogen. Darmzotten sind sehr teuer, glaube ich. Das hätte das Budget gesprengt. Das war das eine Problem. Überambitioniert, ja. Das Budget. Was war das Zweite? Das Zweite ist, also trotz dieser gewaltigen Schauwerte, war die Handlung viel zu kurz für 45 Minuten. Das hätte man viel zu schnell erzählt, was da die A-Handlung ist in der Folge. Wobei, ich weiß gar nicht, ob es eine B ist. Es gibt viele kleine B-Handlungen, kann man so sagen, ja. Chef Michael Piller sagte dazu von Tag 1 an ein problembehaftetes Script. Und dann hat er sich an seinen Schreibtisch gesetzt und hat gedacht, er hat gehirnt, ja. Michael Piller hat gehirnt. Ja. Und irgendwann kam ja da was raus. Aus dem Hirn, aus dem Piller'schen Hirn. Ja, der ging dann vom Hirnen ins Tippen über, hat dann nämlich in die Tasten seiner Textverarbeitung gehämmert, gezimmert, möchte ich fast sagen, und hörte dann einfach nicht mehr auf. Obwohl er gar nicht gesagt hat, ich schreibe das Drehbuch. Aber er schrieb dann das Drehbuch. Und so steht es dann auch auf dem Bildschirm hinterher, ja. Er hat dann gedacht, komm, dann mache ich das. Komm, wenn dann alles vorhin, dann mache ich das halt fertig jetzt. So stelle ich mir das vor. Er hat es richtig aufgefüllt, ne. Also das ist, werden wir gleich auch drüber reden. Das ist schon interessant, was da so alles passiert in der Folge, ne. Aber deswegen eben dieser Autorenkredit auch an ihn. Seine Lösung war nämlich, er kürzte diesen Sci-Fi-Plot noch weiter ein, ja. Also er hat gesagt, okay, der gibt eh nicht so viel her, zeitlich gesehen. Und deswegen machen wir das noch ein bisschen straffer. Aber anstelle dieses Plots gibt es jede Menge Charakterszenen. Da haben wir auch ein Zitat. Ja, er sagt nämlich, ich warf die Leute von der Voyager einfach in die unterschiedlichsten Situationen und ließ sie reden, ließ sie einander entdecken. Klingt gleich so anrühchig. Sie erkannten sich dann, ne. Sie erkannten sich. Das hat mir eine Menge Spaß gemacht. Und deswegen ist die Folge für mich etwas Besonderes. Und immer ganz egal, zu welchem Schluss wir hinterher kommen, ich muss ihm dazu stimmen, diese Folge ist wie keine andere Star Trek Folge eigentlich, oder? Ja, das habe ich auch gedacht, als ich sie gesehen habe. Sie fühlt sich sozusagen anders an. Sie ist von der Struktur anders, sie ist vom Tempo anders. Aber ja, müssen wir mal ergründen, wie wir das eigentlich finden und ob das alles so passt und eine Compelling, wie der Amerikaner sagt, Folge macht, ja. Das Ganze geht los mit dem Logbuch. Das Ganze geht los mit einem Logbuch-Eintrag. Man gewöhnt sich langsam an den Delta-Quadranten, Sebastian. Das sagt uns nämlich Captain Janeway. Sie sagt, na, jetzt sind wir schon ein paar Wochen hier. Sie sagt aber auch, dass das die Situation für sie natürlich nicht einfacher macht, ne. Denn sie muss über diese reine Captain-Rolle eigentlich hinauswachsen. Es ist ja eine ganz besondere Situation. Normalerweise ist man da irgendwie auf einer Mission unterwegs. Der Captain gibt halt die Befehle. Aber man weiß, die Mission ist irgendwann zu Ende. Oder man kann auch jederzeit gehen, wenn man keinen Bock mehr hat. Kann sich versetzen lassen oder als Privatier irgendwie weitermachen. Hier geht das nicht. Mitgehangen, mitgefangen. Und ihr Problem ist so, sie sagt halt, na ja, wir lernen auf der Akademie, dass ein Captain eine gewisse Distanz haben muss zu seiner Crew. Der darf sich nicht zu sehr öffnen, weil er muss in sehr schwierigen Situationen sehr harte Entscheidungen treffen. Bisweilen und deswegen braucht man so diese Distanz. Und sie ist ja jetzt so in dieser Zwickmühle. Einerseits muss sie sich, meint sie, dass es vielleicht besser wäre, sich zu öffnen. Auch so eine Art Mutter zu werden für die Crew. Auf der anderen Seite sagt sie, na, vielleicht muss ich, muss ich ja gerade diese Distanz wahren und hart bleiben. Um wirklich die Richtung vorzugeben, dass die Leute auch nicht das Vertrauen verlieren. Irgendwie wird am Ende alles gut. Und Simon, glaubst du, dass das noch, oder was macht das mit dieser Janeway, die wir ja in Caretaker und ich glaube auch in Parallax als eine kennengelernt haben, die eben nicht so eine Captain aus der totalen Überzeugung ist. Ich identifiziere mich damit, dass ich Captain eines Raumschiffes bin, sondern für die das so ein Job ist. Another day at the office, der sich jetzt geradezu 70 years plus at the office vielleicht gewandelt hat. Und jetzt ist so jemand in dieser Situation, sich das fragen zu müssen. Ist das für so jemanden, Simon, schwieriger als für so einen Identifikations-Käpt'n wie Jean? Oder ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Ich weiß da nicht so richtig eine Antwort drauf. Weiß ich auch nicht so wirklich. Also ich meine, Jean war ja sehr distanziert. Das hat ja sieben Jahre gedauert, bis er mal endlich sich zu Pokerspielen bequemt hat. Das lag dem ja in Fleisch und Blut. Aber das hat er ja eigentlich gemeinsam mit Janeway. Also wie gesagt, Janeway, okay, ich bin hier, wir machen begeistert, machen wir jetzt unsere Mission. Aber dann ist es auch wieder gut. Dann können wir mich alle mal am Hobel blasen. Und ich denke, das ist eigentlich völlig egal, welche Natur du hast, wäre es für jeden Captain oder für jede Captain schwierig, sich da über die Anforderungen des Jobs hinaus das Ganze so zum wirklichen Lebensunterhalt zu machen und wirklich auch keine Chance zu haben, dass das irgendwann mal endet. Das ist ja äußerst unwahrscheinlich aktuell, dass die Crew jemals wieder zu Hause ankommt oder erst in 70 Jahren. Aber was da alles passieren kann. Und von daher glaube ich, dass, also die Szene, das finde ich gut, zeigt, das ist jetzt nicht so einfach für sie. Und vielleicht bereitet das in gewisser Weise auch vor. Und da bin ich sehr gespannt drauf, dass man so ein gewisses Verständnis bekommt für Entscheidungen, die Janeway halt trifft, weil sie denkt, ich muss das jetzt so treffen, ja, aber die sich dann im Nachhinein als, sagen wir mal, diskutabel entpuppen, weil sie eben unter diesem Druck steht, ne. Also wenn ich mir die spätere Janeway so angucke und ich möchte das jetzt auch noch nicht herziehen, da reden wir doch früh genug drüber, dann ist es für sie nicht einfach, glaube ich. Okay, ja, ich glaube auch, es ist nicht einfach für sie, weil sie muss ja jetzt aus dem Beruf tatsächlich irgendwie sowas familiäres auch machen. Das ist noch eine andere Situation als bei dem Jean, der aus diesem Lichtgestalt-Dasein etwas familiäres machen wollte. Als Lichtgestalt sieht sich Janeway nicht. Und müssen wir mal beobachten weiter, ja. Gleichzeitig fragte ich mich dann auch, was hätte ein Jellicoe gemacht, wenn er jetzt derjenige wäre, ne. Gleich so diese ganzen, diese Typen von Captains gehen einem dann ja durch den Kopf. Und so zwischen den Zeilen steht aber für mich ja auch, ja, anfangs war das alles noch ziemlich aufregend. Och, was ist uns denn da passiert? Aber jetzt hält so langsam so eine Niedergeschlagenheit Einzug, weil sie merken, okay, jetzt ist es echt so, ja. Richtig, ja. Also das ist ja vergleichbar vielleicht mit den Trauerphasen irgendwie, ne. Aber ja, es ist so eine leicht depressive Stimmung, ja, die da an Bord herrscht und auch so eine gewisse Hoffnungslosigkeit und wird das alles gut. Das zeigen die Leute nicht nach außen, aber uns wird erzählt, dass dem halt so ist, ne. Und wir sehen es gelegentlich mal in den Gesichtern. Ja, es ist nicht leicht. Und ich finde gut, dass sie das machen, weil es ist eben dieser Arg der Serie, ne. Also wir sind ganz weit weg und jetzt müssen wir das auch mal thematisieren, so. Ohne es immer direkt zu thematisieren. Wie sich das dann weiterentwickelt, das steht wieder auf dem anderen Blatt. Aber hier so zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt befinden, wo wir uns befinden bei Voyager, finde ich das gut. Wir sehen sie übers Schiff laufen, während sie das alles so erzählt. Sie geht erst durch einen Korridor mit Außenfenstern. Außenfenstern, das sieht man ganz selten. Ich habe so das Gefühl, da haben sie die Kombüse mal einmal leer geräumt, dass sie da hergehen kann. Und da kommt in mir der Frisurenman hervor. Da muss ich mir ganz kurz darauf hinweisen. Sie muss sagen, oh Gott, nee, so schlimm ist es nicht. Aber in dieser Korridorszene hat sich aus ihrem Bun-of-Stil, den sie auf dem Kopf hat, hat sich so eine kecke Strähne gelöst. Das sieht so ein bisschen aus, als wäre sie eilig im Bad gewesen oder irgendwie fahrig. Irgendwas war, irgendwas Disruptives war da. Nur sie läuft weiter, geht in den Maschinenraum rein und alles ist perfekt wieder. Also dieses disruptive Strähnchen ist einfach weg. Schade, ne? Ist schade, ja. Aber ich habe mir gedacht, Simon, wo ist der andere Frisurenman, der Kerry McCluggage? Mensch, wenn der das in den Dailies gesehen hätte, der hätte doch einen Herzkasper bekommen, Simon. Alles neu drehen. Vielleicht hat man sich das so gedacht. Also sie führt ja da diesen Monolog im Off, ne? Also hört man das ja quasi. Diese Selbstzweifel, die sie hat. Ich muss larger than life, muss ich sein. Ich fühle mich aber eigentlich nicht so, ne? Das passt ja dann auch irgendwie. Das ist so, dass sie eben nicht so perfekt gestriegelt da jetzt so ankommt. Und dann hat sie halt, während sie durch die Tür ging, Sebastian, das haben weder du noch ich gesehen, hat sie mal eben so, hat sie gemacht, in die Rand geht man so nach hinten und ist das wieder drin. Und dann, vielleicht hat man ihnen das so erklärt. Ja, und dann hat er gesagt, ach komm, dann, ja, dann, ja, komm, dann mach halt, mach. Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt. Irgendein Podcast, ja, in 20, 30 Jahren fällt das auf. Ja, 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 gut. Da gibt es so einen Frisuren, Mann. Dem fällt sowas auf. Der guckt da immer ganz genau hin. Sie läuft bei der Belana rein. Was machst du da? Nee, ist keine Inspektion. Ich wollte nur mal gucken. Tschüss, ne? Und dann geht sie zum Schluss, geht sie in die Kombüse vom Neelix rein. Und ja, dann kommt so ein wunderbarer Moment. Ja, sie begibt sich zum Tisch. Der ist Tom und der ist Harry, die sitzen da nämlich. Und man sieht wieder einmal, was das für fantastisch unpraktische Tische sind. Mit dieser Vertiefung in der Mitte. Gerade auch für Tische, auf denen man isst, ist das grenzdebil bescheuert. Weil das Tablett vom Tom steht auch so über dieser Mulde drüber. Aber hoffentlich kriegen die nochmal neue Tische. Ich würde es ihnen wünschen. Ja, aber dann kommt so dieses, oh, müssen wir jetzt aufstehen, wenn der Käpt'n kommt. Und nee, bleib mal sitzen und so. Und jetzt kommt eine wunderbar menschliche, aber auch ein bisschen awkwarde Szene, Simon. Ja, awkward habe ich ja auch stehen. Da kommt halt die Chefin. Die Chefin kommt und man unterhält sich eigentlich gerade so in einer Pausensituation, quatscht man einfach ein bisschen miteinander. Und dann steht plötzlich die Chefin da. Und dann bist du halt so in dieser komischen Situation, oh, jetzt müssen wir, jetzt müssen wir umschalten. Also jetzt muss man halt irgendwie überlegen, nicht, dass man irgendwas Dummes sagt. Eigentlich soll man sie jetzt bitten, dass sie sich da zusetzt. Aber das ist ja dann eben diese, eben verringert man ja dann diese Distanz, die eigentlich da ist, dann dieses Natürliche. Und das ist dann ja so ungelenk einfach. Was sollen wir jetzt machen? Und das ist auch noch nicht ausdiskutiert, die Beziehung, die Janeway zur Crew hat. Also es ist noch, es ist so in der Mitte. Also beim Jean, der Jean wäre gar nicht erst an diesen Tisch gekommen. Ja. Da war das vollkommen klar. Wenn man sagt, morgen, morgen ist Skudeln, hier hat man gesagt. Aber das wäre es auch dann gewesen mit der, mit der Intimität sozusagen. Und hier ist die Janeway ist ja eine emotionale Person. Die ist ja immer laut, die lacht und die steht immer so vorne und ist überhaupt nicht so für sich. Und ja, dann bist du halt damit konfrontiert. Aber irgendwie ist es halt noch nicht geklärt. Ja, was ist das für eine Beziehung, die wir mit dieser Frau haben? Und ja, die wissen nicht genau, wie sie damit umgehen können. Also es ist nicht komplett negativ. Es ist nicht so, scheiße, da kommt jetzt die Alte. Sondern es ist halt so, naja, was wird jetzt erwartet von uns? Ja. Wir sind halt in diesem Dienstverhältnis. Was wird von uns jetzt erwartet? Und das macht halt solche Situationen immer awkward. Wenn eine Beziehung zwischen Menschen nicht geklärt ist, ist es immer awkward. Das ist richtig. Wie verhalten wir uns? Ja, wie ist das soziale Verhalten jetzt in diesem Moment? Das kannst du im Affenhaus, kannst du es genauso beobachten wie da in dieser Szene? Ja, ich glaube ja, der Jean, der alte Oberaffe, der wäre gar nicht, ohne ihm jetzt zu nahe treten zu wollen, der wäre gar nicht erst in die Korbüse gegangen. Nee, nee, niemals. Eigentlich mein liebster Moment dieser Folge ist ein ganz kleiner, leiser Moment, wo die beiden da sitzen und zu ihr hochgucken. Und sie steht da und dann sagt sie noch so, ja, wir sehen uns dann später, wenn die Schicht losgeht. Und die, ja, und dann geht sie weg. Finde ich auch toll, ja. Das ist toll. Also sie merkt es auch, ne, sie merkt das auch, sie merkt, sie muss den beiden jetzt irgendwie helfen, weil da kommt nichts, ne. Und für sie ist es ja auch komisch und deswegen sagt sie, okay, sehen uns später, ne. Das ist so dieses typische, ach, guten Tag, schön dich zu sehen, ja, mhm, ja. Ja, Wetter, ne, ja, ist gut, ja, ja, schüss dann, ne, bis nächstes Mal. Also man hat eigentlich gar nichts, sich zu sagen so in dem Moment. Du, man hätte schon was sich zu sagen, man hätte ja sagen, darf ich mich da zusetzen, hätte sie sagen können. Oder Tom und Harry hätten sagen können, wollen sie sich da zusetzen. Aber beide sagen ja, sie in ihrem Logbuch und dann der Paris dem Harry gegenüber, das kannst du doch nicht machen, ja. Und zwar aus den beiden jeweiligen Positionen heraus, denkt sie sich, ne, kann ich ja nicht machen. Und der Paris sagt, das kannst du doch nicht machen, ist ja der Käpt'n. Und dieses, das ist natürlich schon scheiße. Jetzt sind die da gefangen in diesem Delta-Quadranten, sind da ganz weit weg. Und dann steht da dieses, kannst du doch nicht machen im Raum. Und du kommst da auch schwer drüber weg, ne. Ja, das Interessante ist, also wie gesagt, in diesem Moment, was, was hätten die beiden, also wie hätte man das beginnen müssen? Ja, klar, setz dich mal hin, aber wie hätte sie reagiert und so weiter? Was ich schön finde, ist, dass hier auch ein bisschen was über Kim und Paris erfahren, ja. Paris ist eher so ein Oldschool-Typ, ja, also der, der ist so ein Kommandokette, ja, und hat das halt einfach so gelernt. Das sind so diese ungeschriebenen Regeln, die es so gibt und das macht man einfach so. Und Kim ist der Junge, eher progressive, der dann auch so sagt, ja, ich frage mich ja, wie es ihr geht. Und Paris, das hat uns nicht zu interessieren. Sie ist der Käpt'n und sie entscheidet, ob da irgendwie was ist, so. Und dann sagt der Kim, dem Paris ja auch, dein Rulebook ist ja, du hast ja ein uraltes Rule, du bist so ein, weißt du, du bist halt so Oldschool irgendwie. Und das finde ich interessant, weil das über beide was sagt. Und man denkt das über Paris erstmal gar nicht, weil man hat Paris so als diesen Schuft so ein bisschen, ja, der auch die Regeln eigentlich missachtet. Aber eigentlich missachtet er die Regeln nicht, sondern er, er ist in diesem Starfleet-Kosmos einfach. Das ist eigentlich ein geborener Starfleet-Mensch, ja, der findet das gut, diese Regeln. Entweder findet er es gut oder aber er spürt seine ganze Admiralsverwandtschaft, allen voran seinen Vater über seiner Schulter, die dann vielleicht ihm so als Schatten zuflüstern, kannst du nie machen, ja. Wenn er vielleicht selbst das anders sagen würde. Und du sagst, es ist interessant, dass man das bei ihm nicht denkt. Ich denke ja bei Harry auch nicht, dass er jetzt derjenige ist, der das locker sieht, weil Harry ist ja so, so Akademie, Pflicht, Beflissen und so. Und dass er jetzt ausgerechter so ausbrechen will und die Käpt'n einladen will, das finde ich cool. Und er hat ja später in der Folge tatsächlich auch noch einen coolen Moment, wo er das dann mal macht. Und das finde ich so, so erfrischend irgendwie, ja. Auf einmal so ein Harry-Moment, wo er bis jetzt so ein, ja, so ein bisschen so ein Lama-Charakter war eher, oder? So der Chekhov. Der Mann im gelben Anzug, ja, genau. Ja, dann, da kommt, es geht eigentlich ganz lustig weiter, die Janeway geht dann hinter diese, die sind ja diesen Tresen von Neelix und er ist erstmal gar nicht da und sie sucht ihn irgendwie oder ruft ihn auch und man sieht diese beiden Pötte, ja, und da kocht so Gemüse drin oder was ist das? Also irgendwas, so Maiskolben irgendwie sind da am Kochen und dann ruft sie den Neelix und dann taucht der Neelix auch auf. Und jetzt sehen wir das genaue Gegenteil von dieser Szene, aber sie ist auch awkward, das ist das Schöne, aber auch eine völlig andere Art, weil Neelix ja mega extrovertiert dahin geht und sagt, Mensch, sie sehen ja wunderschön aus. Das ist mal eine Aussage zum Käpt'n, also er benutzt wirklich das Wort beautiful und das ist schon, man merkt, dass sie gleichzeitig so ein bisschen empört ist, aber es auch gut findet. So nach dem Motto, endlich ist mal einer nicht so steif und der Neelix hilft in diesem Moment, finde ich auch. Ist das ein neuer, neuer Lippenstift, ne, hab ich immer drauf. Ja, dann ist es vielleicht einfach das Leuchten der, das Leuchten dieser, dieser Heizkörper, die da mein Essen warm halten, dass sie so fantastisch heute aussehen. Und ach, gepriesen sei Ethan Phillips für das, was er da tut, einfach nur. Ja, und auch das Drehbuch, weil da stand das ja drin, ne, aber er bringt es halt super rüber und Janeway ist einigermaßen irritiert und das ist auch schön, wie er sagt, ich will jetzt nicht sagen, dass du nur heute wunderschön, also du siehst ja immer gut aus, ne, und das ist einfach, das ist einfach schön. Janeway will eigentlich nur ein Kaffee haben, ja, aber Neelix wäre nicht Neelix, wenn er nicht sofort eine Alternative parat hätte, ja, und sagt, ja, Kaffee, ich hab hier was viel besseres, ich hab so einen geilen, proteinreichen Drink. Und dann muss man, und das ist ja auch dieses Thema hier, dann muss man keine Energie verschwenden. Also wir wissen ja mittlerweile, dass man nicht unbegrenzt am Replikator sich Sachen ziehen kann, sondern dass das rationiert ist, weil das kostet natürlich Energie. Da hab ich dann auch eine Frage an dich später, die du vielleicht schon erahnen kannst. Aber, naja, also es kostet halt Energie und der Neelix sagt dann hier, Janeway dann sagt, nee, ich will das nicht trinken, was du da hast, sagt er, fordert er sie heraus direkt wieder und sagt, aber das ist gar nicht gut, denn du bist ja Käpt'n und du musst mit gutem Beispiel vorangehen, wenn nicht der Käpt'n Energie spart. Wie sollen denn das die Leute tun, ne, und dann spricht er genau das an, worüber sie sich auch die ganze Zeit Gedanken macht. Und das ist so herrlich, weil damit sagt er natürlich etwas, was eigentlich nur ein Vorgesetzter ihr sagen dürfte. Und vor einer Minute hat er ihr was gesagt, was eigentlich nur jemand sagen dürfte, der mit ihr so ein bisschen intimer auch befreundet ist. Und der Neelix ist so herrlich grenzüberschreitend. Total, in alle Richtungen. In alle Richtungen ist er, außer Rand und Band, der nimmt Rollen ihr gegenüber ein, wo sie nicht mehr so richtig weiß, wo oben und unten ist, aber irgendwie findet sie es ja auch fresh. Ich finde es fresh und ich glaube, die Janeway findet es auch fresh, wie sie da steht. Ich finde es auch total fresh und ich kann nicht verstehen, dass ich das früher bei der Erstsichtung überhaupt nicht, dass das überhaupt nicht resoniert hat mit mir. Wir haben ja schon über mögliche Gründe gesprochen, Synchro und was weiß ich alles, aber das macht ihn ja auch fremdartiger. Das macht ihn ja auch, du siehst den und wie er sich verhält und denkst, ja, der tickt anders. Und es ist nicht so extrem wie weiße Klingonen, die sich halt die Fresse gerne einhauen und Blutwein trinken, ja, oder irgendwie total die Borg, die halt komplett anders sind und komplett anders denken. Nee, der ist eigentlich schon so, wie die Menschen auch so sind, ja. Aber er verhält sich halt in sozialen Situationen phasenverschoben, also irgendwie anders, ja, unpassend. Er hat ein anderes Verständnis davon, was für eine Atmosphäre im Raum gerade herrscht, ja, um mal das fürchterlich anglizismusmäßig so auf den Punkt zu bringen. Und um es euch und dir nochmal in die Erinnerung zu rufen, Ethan Phillips hat gesagt, dass er den von Tag 1 so gespielt hat, als wäre er in Captain Janeway verliebt. Und das ist eine sensationelle Entscheidung einfach nur. Aber der Charakter ist ja nie verliebt, offensichtlich in Janeway. Der Charakter ist nicht verliebt, aber er spielt das, wenn er ihr begegnet. Als wäre. Hat er so dieses. Ja, genau. Ja, und das ist eine, und das steht nicht im Drehbuch, das ist Ethan Phillips und das ist eine fantastische Choice einfach, die er da macht. Du denkst die ganze Zeit dadurch, was macht denn der da gerade? Ja, super finde ich das. Aber nicht irgendwie so merkwürdig, wie so ein Barclay oder so, wo du denkst, was macht der denn da gerade? Sondern nee, so bewundern, was macht der da gerade eher, ne? Ja, ich finde das super. Ich auch, ja. Ich finde das richtig, richtig super. Aber, und Simon, jetzt kommt ja der Kaffee und der Kaffee ist auch nochmal wie so ein, wie so eine Kirsche, auf die der Eisbecher diese ersten Szene einfach nur ist. Da habe ich so gelackt einfach nur. Er sagt ja schon, er ist etwas stark, der Kaffee, ja. Und dann gießt er ihn aus und da kommt dann so eine braune, schleimige, flüssige, also ein bisschen kanarmäßig, nur noch zähflüssiger einfach. Ja, so klumpenartig kommt da so ein Hut irgendwie raus und du weißt schon, ach du Scheiße. Also man kann sich echt vorstellen, wie das schon, so Sirup ist das eigentlich, ne? Was da so rauskommt. Pudding, Kaffeepudding auch. So Kaffeepudding. Und Janeway wird gerettet in dem Moment, weil die Brücke mal wieder funkt, da ist irgendwas. Und dann geht sie auch sofort los und dann sieht man Neelix, wie er dann da steht und dieses Ding probiert. Er trinkt dann da dran und erstmal verzieht er total das Gesicht, als er in die Zitrone gebissen, ja, so. Oder so ein Tequila getrunken, aber dann sagt er, hm, hm, gut, so. Und das ist eine sehr gelungene Szene. Diese ganze Szene da in der Kombüse war sehr gelungen, muss ich sagen, also Hut ab. Ja, und das ist tatsächlich, glaube ich, auch die Stärke von Voyager. Ja. Wo man immer so sagt, ja, die Charaktere sind so ein bisschen unterentwickelt. Ja, und vielleicht haben die nicht so eine komplizierte Vita und so, wie bei Deep Space Nine hinterher, ja. Wo du ja wirklich Buchseiten füllen kannst darüber, was die Charaktere in der Serie machen. Aber ich finde immer, wenn die miteinander interagieren, ist das lebendiger, als es sehr oft bei der Next Generation war. Und das ist jetzt kein Diss gegen die Next Generation. Nö, ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ich liebe diese Serie über alles, aber irgendwie, was hier gerade in den letzten zwei, drei Minuten passiert ist, das war lebendiger als ... Naja, menschlicher vor allen Dingen. Das meiste, was wir in den ersten drei Staffeln zum Beispiel gesehen haben, ne? Es war, es ist menschlicher. Du hast auch bei TNG diese Szenen gehabt, aber das war viel mehr wie so ein Theaterstück, wo das so immer in den Vordergrund gespielt wurde. Das war nicht so nebenbei, wie es hier ist. Also diese menschlichen Momente, die sind hier einfach natürlicher und da ist auch nicht immer der Scheinwerfer drauf. Und ich glaube, das ist auch so dieses Piller-Ding, wir haben es ja vorhin gesagt, ne? Er setzt sich da hin und schreibt Charakter-Szenen und dann kommt sowas halt dabei raus. Ja, und das war wahrscheinlich auch die erste, die er so ausformuliert hat und noch ein bisschen breiter gemacht hat. Und das ist sehr gelungen, muss ich sagen. Also, da war ich sofort an Bord, ne? Also, da bist du auch interessiert, wie es geht. An dem Zwischenmenschlichen bist du interessiert. Also, wie geht es jetzt denn weiter da? So, ne? Gar nicht mal so sehr mit dem, was da jetzt gleich passiert. Aber trotzdem muss sich jetzt natürlich der Science-Fiction-Plot ein bisschen Bahn brechen. Sie kommt auf die Brücke und der Fred sagt auch, was machst du denn hier? Hättest du einfach antworten können auf den Funkspur? Nee, nee, ich wollte hochkommen. War gerade, also, kam mir sehr gelegen. Und man hat jetzt einen Nebel entdeckt, in dem jede Menge Omikron-Partikel stecken. Und das wäre ja dringend benötigte Energie, weil man hat so ein leichtes Energie, so ein Treibstoffproblem. Janeway sagt, der Kaffee ist im Nebel sozusagen, der Antrieb, ja? Der ist in diesem Nebel. Und sie sagt auch, da kommt erst mal der Vorspann und dann sind wir aus dem Vorspann wieder raus. Und dann sagt sie, wir gehen da jetzt rein. Denn ihre Argumentation ist nicht nur, dass wir Energiereserven brauchen, sondern wir gehen auf ein Adventure, auf ein Abenteuer, ja? Wir machen hier was, was wir als Starfleet-Leute eigentlich machen, nämlich Dinge erforschen, fremde Welten entdecken und so weiter und so fort. Und das ist doch genau das, was wir jetzt brauchen. Eine Aufgabe brauchen wir. Deswegen fliegen wir da rein. Und dann sitzt sie sich neben den Fred, Fred Chakotay nämlich, und dann fragt sie ihn auch so, ne? Hör mal, dann tuscheln die beiden so ein bisschen, ne? Sag mal, du bist doch da näher dran, wie geht's den Leuten denn? Und dann sagt der Chakotay, das, was ich am Anfang auch so gesagt habe, naja, geht so, ne? Eigentlich nicht so gut. Denn die sind jetzt in dieser Phase, wo sie damit klarkommen müssen, wie wir ja schon eingangs erzählt haben, dass man eben nicht mehr nach Hause kommt, ne? Also diese, die sind jetzt noch vor dieser Akzeptanz, das ist jetzt eben so und wir müssen das Beste draus machen. Die sind jetzt erstmal in dieser Phase, wo man das erstmal begreifen muss, wo das so langsam dämmert. Ja, und als sie dann auch sagt, ja genau, und in so einer Situation hat man normalerweise einen Counselor an Bord oder besucht einen solchen auf der nächsten Raumstation. Aber haben wir ja alles nicht. Das ist ja ein großes Problem, mit dem wir uns jetzt hier, ein psychologisches Problem, mit dem wir uns jetzt hier konfrontiert sehen. Und statt dass der Fred jetzt sagt, stimmt, sagt er was Unerhörtes. Er sagt, wir reden mit Tieren. Das ist sein nächster Satz. We talk to animals, Simon. Und da bin ich wirklich fast hinter Sofa gefallen, als ich das gehört habe. Was ist los? Ja. Ja. Das könnte Janeway jetzt sagen. Ja. Er klärt sich ja. Er sagt nämlich, naja, mein Volk, also wir Indigenen, wir sprechen mit Tieren. Das ist so ein Ding bei uns, dieses Animal Spirit, ja, dieser Animal Guide. Wir haben so ein Tier und er unterfüttert das auch gleich mit Wissenschaft. Er sagt, naja, das ist wie bei Carl Jung damals, Imaginationstechnologie, ja. Also man stellt sich irgendwas vor und das hilft einem halt dabei, Dinge zu verarbeiten und zu überwinden oder zu lernen. Und so weiter. Und das machen wir, sagt er, seit Jahrhunderten, ja. Seit Jahrhunderten machen wir das. So lustig. Warum sagt er denn nicht Jahrtausende, Simon? Was ich, das ist so wie, das ist so ausgerechnet an so einer Zahl irgendwie, die so ein bisschen unterwältigend, ehrlich gesagt ist. Ja, wir haben das damals in den, das habe ich damals gelernt in den 60ern, ja. Da habe ich mal so ein bisschen, habe ich da mal probiert und genascht an so einem Zuckerstückchen und dann habe ich plötzlich und dann hat das so funktioniert. Ja. Sagt er alles nicht. Früher war ich noch Vegetarier, also gestern um drei, so. Irgendwie so wirkt das, ja. Und Jamie findet das live faszinierend und geht auch voll drauf ein und sagt, also hör mal, du, der bestimmt ein Bär, sagt sie, dein Tier ist bestimmt ein Bär. Und Chakot, der sagt auch so einen fantastischen Satz, ich habe mich echt beümmelt darüber, er sagt, ja, ja, Bär könnte schon sein, er hätte ja ein großes Pack hat, sagt er. Aber nee, es ist nicht der Bär, es ist ein anderes Tier, ne, ja, was denn für Tier? Ja, das, sagt er, das kann ich dir nicht sagen, ne, das würde ja mein Guide, mein, mein animalischen Freund würde das beleidigen, ja. Aber er ist weiblich, das kann ich dir sagen, ne, er ist weiblich. Ach, aber Simon, in dem Moment, wo Janeway sagt, also dein Krafttier ist doch bestimmt der Bär, da steckt, da ist doch schon die sexuelle Energie irgendwie auch kaum. Das kann man so interpretieren, ja, also dieses Männliche irgendwie, so in Chakotay, ein Bär, ne, also stark, du bist ja stark wie ein Bär bestimmt, ne, oder hast du was Gemütliches, Bärenhaftes, das kann man ja auch sagen, ne, das ist ja so Bär, gibt ja so Kosenam Bär. Was natürlich auch das absolute Klischee ist, was sie da raushaut, ne, als hätte so viele Folgen von Marshall Bravestar geguckt, ja, aber dann habe ich auch wieder gedacht, das ist trotzdem gut, dass sie das sagt, weil das ist so entwaffnend und er benutzt es ja auch so, dass es so entwaffnend ist. Ach ja, Bär, ja. Ja, und man sieht halt schon, dass die beiden eine Verbindung haben, ne, also jetzt nicht schon so eine, irgendwie eine Romanze, die sich da anbahnt oder sowas, aber er geht gut auf sie ein und er hat Spaß mit ihr zu reden über sowas, ne. Also die Chemie ist auf jeden Fall da zwischen den beiden und das zeigt die Szene hier ziemlich gut. Jeremy fragt dann noch, kann man sich das Tier denn aussuchen? Ne, ne, das geht nicht, das geht so einfach nicht. Aber ich kann dir zeigen, wie das ist, dass ein Tier dich aussucht. Darauf läuft es am Ende hinaus. Ich kann dir das zeigen. You've got a date, sagt sie dann. Wir sind verabredet miteinander. Wir machen das. Ja, man kommt beim Webel an und jetzt wird wissenschaftlich geklärt, dass man da reinfliegen kann. Also da werden viele Sachen, so hauen die sich jetzt, wir kommen da irgendwie rein. Und da kam mir so eine Frage, Sebastian. Janeways Argumentation ist, das Ganze soll die Stimmung heben. Also wir fliegen in diesen Nebel rein, das soll die Stimmung heben an Bord. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, hinterher passieren Dinge und dann kriegt es jeder mit. Aber wer kriegt das jetzt eigentlich alles mit an Bord? Ja, die Leute auf der Brücke, die in diesen Nebel fliegen. Vielleicht Taurus im Maschinenraum. Aber es sind ja auch noch ein paar andere Leute auf der Voyager, ne? Weiß ich nicht, die sitzen jetzt da so rum und denken, was macht der denn jetzt? Was ist da überhaupt los, ne? Also wie soll denn das die Stimmung heben? Habe ich mir so gefragt. Gucken die alle auf Video mit so jetzt? Oder wie ist das? Ja, die Serie macht so ein bisschen die falsche Annahme, dass die Crew so eine Wahrnehmung auf all das hat, wie wir als Zuschauernde. Das ist aber auch bei TNG schon so. Und das ist natürlich nicht der Fall, aber, ja. Das ist eigentlich immer so, ne? Also gerade bei dir ist nein am wenigsten wahrscheinlich, einfach wegen der Art der Serie. Aber da kam auch so die Frage, jetzt sind wir mal die Lower Decks. Also was ist da unten jetzt los, ne? Sitzen die jetzt und denken sich schon wieder, was sind das für Geräusche da oben? Also was ist denn da schon wieder los? Und warum wackelt das Schiff wieder so? Warum sagt uns keiner was? Ja, obwohl ein bisschen machen sie es ja, ne? Also der Doktor hat ja schon mal solche Anwandlungen gesagt, hat gehabt, mir sagt ja keiner was. Und es hat ja auch mehrere solcher Momente im Laufe dieser Folge. Ich war ja als großer Fan von Star Trek The Motion Picture und auch Befürworter von Star Trek The Motion Picture war ich total angetan davon, dass die Folge A The Cloud heißt. Ja, Vija hat ja auch eine Cloud um sich rum und das dann hier mit Seven AUs in Diameter, also galaktische Einheiten, hantiert wird, wie zuletzt bei Vija. Eine AU ist der mittlere Abstand zwischen unserer Erde und unserer Sonne. Der ist nicht immer gleich, aber wenn du den Durchschnitt bildest, hast du ein AU. Und wie diese pinke Wolke da gefilmt ist, wie man darauf zufliegt, sieht man, das sind mehrere transparente Folien übereinandergelegt, denen man sich so nähert. Und auch das ist Vija-haft. Die Farbe ist eine andere, aber auch das ist Vija-haft. Und da habe ich sofort gesagt, ach guck mal, ich fühle mich wohl gerade, als wenn ich das so sehe. Das ist mein Labsaal, ja? Ja, jetzt hätten sie einfach nur dieses schweinegeile Instrument da noch benutzen müssen. Ja, also, okay, man kann rein, also fliegen wir auch rein. Ja, dann passieren weiter so ganz interessante Sachen, auch eine großartige Szene irgendwie. Man fliegt in diese Wolke rein, sieht das alles, was du gerade beschrieben hast. Und der Kim, der kann dich Ansehe halten, ja? Der sagt dann sowas wie, sowas habe ich noch nie gesehen. Und dann kriegt er einen Anruf quasi, ne? Kriegt er so eine Private Message, kriegt er dann. Und dann kommt noch etwas, was ich jetzt einfach mal als Zitat aus The Motion Picture werfe. Und dann kommt nämlich ein Split-Diopter-Shot. Ein Split-Diopter-Shot ist, wenn du so eine Linse vor der Kamera schraubst, die zwei Foki erlaubt, mit so einer unscharfen Stelle in der Mitte, weil das kannst du nicht so Gleitsichtbrillen-mäßig so, ja, ist vielleicht wie eine Gleitsichtbrille, ja? Eines für die Fernseht, eines zum Lesen. Und dann siehst du den Kim im Vordergrund und den Tuvok im Hintergrund. Und das macht ja Robert Wise in The Motion Picture ständig. Und auch da wurde mein Herz wieder warm. Und der Tuvok sagt so Sachen wie, der Tuvok, der ist hier noch ein bisschen unterentwickelt, ja? Ja, schon. Der sagt hier einfach nur so, ja, das sagt man nicht als, das macht die jungen Offiziere, die Junior Officers macht das nervös. Also halte ich mal zurück mit, ich weiß nicht, was das ist, ja? Ich finde super, dass sie quasi so einen Telefoneffekt auf seine Stimme gelegt haben, ja? Und dass er dann halt so, ne, klingt. Ich frage mich auch, hat der, hat der gegeben Kopfhörer im Ohr oder was? Oder ist das einfach total leise? Gibt es so einen Mini-Lautsprecher am Pult, der Tuvok so anzugreifen kann? Aber es hören tatsächlich nur die beiden. Vielleicht ist das so directed von der Brust so hier nur so auf seine Ohren, wie so ein... Ja, das kann sein, dass er ihn mit dem Kommunikator irgendwie anspricht, ne? Und dann, oh, 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 sagt der Kim, ne? Das ist ja alles da. Ja. Ja, man fliegt weiter rein, man stellt fest, dass so die Dichte zunimmt. Und man zieht auch, so wird das beschrieben, so Staub an, ja? Also irgendwie so Staub, der sich da befindet. Die Dichtheit steigt auf 70 Prozent, das ist alles noch nicht schlimm, das ist keine Gefahr, das kriegen wir hin, flieg mal weiter und so. Und dann passiert natürlich das, was immer passiert, das Schiff wird ordentlich durchgeschüttelt. Man, ja, fährt nämlich quasi vor eine Wand, Sebastian. Oh, Energiebarriere, aber das scheint eine natürliche Formation hier zu sein. Okay, was machen wir als nächstes? Wie weit ist denn der Schatz weg, an dem wir ran wollen, jetzt wo wir hier vor die Wand gefahren sind? Ist noch ein bisschen was? Durchbeamen kann man nicht, aber kann man vielleicht durchfliegen, fragt man dann. Und dann funkt man öfters mal mit der Belana auch nach unten hin und her, die soll dann ihre Einschätzung geben. Und Belana sagt, ja, das geht schon, sagt sie. Und dann macht man das auch, ne? Man gibt ein bisschen Gas und dann kommt man durch. Das ist wie, ja, kann man sich vorstellen wie so ein Jellywürfel. Und da fliegt man so durch und kommt dann, kommt da durch. Und ist drin. Man ist dann drin in so einer, dieser Wolkenkammer sozusagen. Da fliegen so, naja, ich habe es blaue Tropfen genannt. Ja, so tropfenartige Dinge fliegen da so durch. Sieht ganz interessant aus, ne? Fast wie Zellen, die sich da so durchbewegen. Und da haben wir dann auch schon diese Reminiscenz an Fantastic Voyage, ne? Also, dass man, dass das alles irgendwie ganz fremdartig aussieht, interessant aussieht, aber auch schon organisch. Also, du hast dieses Organische, hast du da eigentlich schon drin, finde ich. Ein Ding müsste auch da so rumfliegen, hat den Kopf vom Donald Pleasance noch so mit. Ja, da fragt man sich jetzt mal, was ist denn das, was ist denn das, was da rumfliegt? Und Tuvok sagt, das kann ich nicht identifizieren. Und jetzt ist, jetzt wird Kim so ein bisschen pampelig, ne? Jetzt funkt er zurück und sagt dir, ja, Herr Herbergs Vater, ja, jetzt sagst du sowas, ne, hier. Was ist denn mit Kim los, ja? Also, da ist, hat der, weiß ich nicht, ist der mit der, mit der einen von diesen beiden Schwestern irgendwie, läuft da was oder so? Der wirkt ja wie ausgewechselt, der ist ja außer Rand und Band, der Kim gerade. Vielleicht ist er auch, weil der Harry ist ja derjenige, der hat am meisten Heimweh von denen, die wir so sehen. Vielleicht hat irgendwer auf Deck 8 noch mehr Heimweh, kann ja sein. Aber er hat am meisten Heimweh bekommen, wie immer erzählt. Und er trauert am meisten. Und vielleicht geht er so durch diese extrem emotionalen Phasen. Und er ist gerade in so einer Übermutsphase. Ja, kann sein. Wo mein Vater gesagt hätte, dir geht's wohl zu gut, ja, wenn ich irgendwie so über die Stränge geschlagen habe. Und ich glaube, Simon, dem Harry, dem geht's in dieser Folge wohl zu gut, oder? Ja, vielleicht mag sein, ja. Also, interessante Retourkutsche. Also, er fand auch, dass Kim hier nicht recht hat, ja, weil Tuvok wollte ihm eigentlich sagen, dass er eben souveräner wirken muss von den anderen Leuten und nicht unsicher. Und Tuvok sagt ja hier, matter of fact, nee, ich kann es nicht identifizieren. Das ist ja einfach eine sachliche Antwort, ne. Er sagt aber nicht, das ist aber unfassbar, ja, ich kann es nicht identifizieren. Und deswegen ist Kims Antwort auch ein bisschen doof, aber Tuvok sagt sie auch, vielleicht doch nur ein Arschloch. Jetzt geht das Ding hinzu, die Tür geht zu hinter ihm. Die Tür geht zu hinten, genau, ist zu. Und Simon, Simon, oh, Parallax, ja, du erinnerst dich an Parallax. Nach Parallax kam die Folge Time and Again und da war wieder das Ursache-Wirkungs-Prinzip umgekehrt, wie in Parallax. Da habe ich gesagt, ah, guck mal, wie in Parallax. Und dann in Phage, die Folge danach, ist man in diesen Asteroiden reingeflogen und da waren dann so gespiegelte Schiffe. Oh, welches ist denn das echte Schiff? Wie in Parallax. Und jetzt fliegt man wieder in irgendein galaktisches Riesenteil rein und hinter einem geht das so zu. Und man denkt sich, oh, wie kommen wir denn hier wieder raus? Das ist ja, müssen wir mit einem Eispickel reinhämmern und so. Simon, wie in Parallax. Und ich denke, einerseits, jetzt ist er aber mal gut, aber andererseits habe ich auch überlegt, vielleicht ist Parallax die Schlüsselepisode überhaupt. Der Urtext, aus dem sich jetzt alles weitere ableitet, was bei Voyager kommt. Nur allein, ich glaube, nach dieser Folge hört es langsam mal auf. Ja, ist auch gut. Aber die drei Folgen danach, die haben diese Zitate, die mir irgendwie auffallen müssen. Ging dir das auch so, dass du dich schon wieder erinnert fühltest? Ja, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite, naja gut, das ist halt so ein, ja wie soll ich sagen, das ist halt einfach, ja so ein Weltraum-Ding auch. Ich halte es jetzt auch nicht für besonders einfallsreich, quasi da dreimal so drauf aufzubauen. Es ist mir, ich sage mal so, es ist mir schon aufgefallen, aber jetzt nicht unbedingt negativ. Also ich habe jetzt nicht gedacht, oh komm, jetzt mach mal, erzähl mal was Neues. Also das fand ich, da müssen wir es nochmal ein bisschen öfter machen so. Es geht gerade noch, aber ja, es muss jetzt aber langsam was Neues kommen. Also nächste Woche will ich was Neues sehen. Ich habe keine Ahnung, was kommt nächste Woche. Ich habe die Reihenfolge nicht so gut im Kopf, aber das bitte nicht nochmal. Nächste Woche kommt was Neues. Also nächste Woche kommt Deep Thest. Nein, das ist was ganz Altes, aber danach die Woche übernächste Woche, ja, ja. Gut, jetzt sind wir bei Neelix wieder. Ja, Neelix reagiert jetzt auch ganz interessant und auch völlig anders als vorhin, als er noch mit der Jane Vader ein bisschen geschrägert hat. Er sagt nämlich jetzt seiner Freundin Cass, was hat die da schon wieder angerichtet? Was macht die denn schon wieder da? Und jetzt fliegen wir hier so mal. Ich bin immer schlau genug werden, um da rumzufliegen um solche Nebel. Ja, sagt er, die sind doch Natural Born Explorers, die Leute, mit denen wir hier rumfliegen. Die sind Natural Born Idiots. Das sind ausgemachte Idioten. Und so kenne ich ja später Neelix nicht mehr. Neelix ist hinterher so der Liebe, der immer auch so ein bisschen mit und ja, Abenteuer lustig. Aber er braucht auch so eine Phase, sich in diese Crew einzufangen. Und hier hat er so seine rebellische Phase. Jetzt geht's. Seine rebellische. In dieser Folge stinkt ihm vieles, was ihm so gemacht wird. Und er argumentiert, ja, ist ja schön, dass die das mögen. Aber ich bin auch ein Mitglied dieser Crew. Ich habe da Mitspracherecht und ich fliege nicht in solche Nebeln rein, ja. Und Cass, die ist ja jemand, die Neelix da immer ganz schnell wieder unter Kontrolle bringen kann, ja. Die weiß ja genau, welche Knöpfe sie bei ihm drücken muss. Und sie versucht es wieder einfühlsam. Das ist ja das Ding, Cass und Einfühlsamkeit, ne. Und sie sagt, ach, jetzt komm, Neelix, das ist doch wundervoll. Das ist doch herrlich. Ich war noch nie in einem Nebel und ich finde das total schön in einem Nebel. Und das ist doch romantisch. Und die sagt, ja, romantisch, warum ist das denn nicht? Und dann packt sie ihn und gibt ihm einen Kuss. Und dann, das bremst sie ihn halt sofort ein. Also sofort ist er dann handzahm. In Wolkenkuckucksheim ist er dann. Und dann denkt er auch, ja, ich habe auch noch nie jemanden in einem Nebel geküsst. Ja, das ist auch, du sagst, hast recht. Das ist wundervoll, wundervoll. Nur allein, Simon, die blauen Blobbys, die knallen jetzt gegen die Windschutzscheibe von der Komböse. Und das ist ja wieder so ein disruptives Ding, wo er dann sagt, siehste, siehste. Ja, jetzt wird es unbequem da drin langsam. Fast schon bipolar, ja, wie er sich fällt. Also er springt halt von einem Emotionszustand in den nächsten. Ja, und du sagst es. Also diese blauen Dinger, die kollidieren jetzt mit der Voyager. Und die Taurus sagt, naja, das ist so, die werden irgendwie angezogen von uns. Die heften sich sozusagen an unsere Hülle. Und das Problem ist, die ziehen auch Energie ab. Also die Voyager verliert an Energie. Man muss alle unwichtigen Systeme ausschalten. Und jetzt dämmert es der Janeway. Und ich habe zum zweiten Mal den Begriff dämmen verwendet. Ich weiß auch nicht, was heute los ist. Aber ihr kommt es jetzt so. Der ist noch gar nicht losgefahren heute, von daher. Aber gut. Vielleicht rufe ich ihn so. Das ist mein Chant so. Ja, volle Janeway. Jetzt kommt ihr es halt so. War vielleicht doch keine so gute Idee. Das ist nicht ungefährlich hier. Lass mal lieber wieder zurückfahren. Macht man. Aber jetzt ist es so, dass es sagt, man kommt durch diese Wand nicht mehr durch. Und dann sagt die Janeway auch, I need more power. Ja, an der Belaner dran sagt die, gib mir mehr Gas, dass wir da wieder rauskommen. Aber es funktioniert auch vorne und hinten nicht. Und jetzt bringt ja der Fred die Photonentorpedos ins Spiel. So könnte man es schaffen. Richtig. Wir haben übrigens Bahn 30, ich glaube 38 oder so, Photonentorpedos an Bord. Ja, aber wir haben auch nur 38 Photonentorpedos an Bord. Und hier gibt es nicht irgendwie eine Fabrik, wo man Photonentorpedos wieder einfüllen kann. Ja, selber herstellen können wir die Dinger auch nicht. Also müssen wir uns das genau überlegen, dass wir einen von unseren 38 sehr wertvollen Photonentorpedos opfern, den wir vielleicht noch brauchen, wenn wir mal auf feindliche Gesellen da treffen. Lass erst mal Phaser probieren. Okay, macht man, bringt nix. Und dann verschießt man den ersten von 38 Photonentorpedos. Da waren es dann nur noch 37. Und der Paris fliegt hinterher. Aber irgendwann offscreen scheint ja die Taurus oder wer auch immer eine Photonentorpedofabrik zu erfinden. Denn Simon, damit wir nicht umständlich Buch führen müssen über die Photonentorpedos, denn das wäre, glaube ich, sehr ermüdend, sage ich dir jetzt und auch euch da draußen, im Laufe der Serie werden 81 von den Dingern abgefeuert. Vielleicht noch ein paar mehr offscreen. Das heißt ja, dass man irgendwie eine Möglichkeit findet, die Dinger zu bauen. Und dabei würde ich es jetzt auch belassen, oder? Finde ich ein bisschen schade. Also man hätte so ein Ding draus machen können, finde ich ein bisschen schade. Ja, obwohl da musst du echt darüber Buch führen und jetzt sind es irgendwie 32 und so. Und dann ist es ja auch. Ja, nicht wir. Die hätten ein Ding dazu machen. Die hätten das so irgendwie, weißt du? Dass das immer mal wieder so vorkommt und dann. Ja. Photonentorpedos, ja, haben wir keine mehr, ne? Weißt du noch damals mit dem Energiewesen? Und dann haben wir auch noch was gemacht, was überhaupt nicht gut war, ne? Finden wir aber alles noch raus. Es klappt jedenfalls. Also man ballert da ein Loch rein. Paris sagt, ich fliege auf dem Torpedoschweif. Wunderschön. Fliegt der irgendwie da raus? Das gelingt auch. Man ist raus. Und dann gibt's, konstatiert man auch am Ende noch, was hat uns diese ganze Aktion jetzt gekostet? Naja, Energie hat uns sie gekostet. Nämlich 11 Prozent von unserem Energievorrat. Und das ist natürlich auch so ein, das ist ja ein Survival-Game, was wir hier haben. Man nennt ja diese, bei den Game-Spielen nennt man das Survival-Game, ja? Wo du halt gucken musst, ich darf nicht verhungern, ich brauche Ressourcen, ja? Sonst ist das Spiel irgendwann aus. Und genau so ist das jetzt hier. Die Voyager ist in dieser Situation, ja, wir haben nichts gewonnen. Wir haben nur verloren bei dieser Aktion. Bis jetzt. So, und jetzt gehen wir zum Haraldo ins Quartier. Und Simon, der liegt ja da wie so ein Toter eigentlich. Ja, ich habe ihn erst gar nicht so richtig erkannt. Ja, dann irgendwann wird's klar. Weil er hat nämlich eine Schlafbrille auf, ne? Das sind diese Stoffdinge. Kennt man vielleicht aus dem Flugzeug. Manche Leute benutzen das auch. Ja, aber der liegt da auch so. Der liegt nicht so irgendwie so auf der Seite, dass man denkt, ja, so pennt man, sondern der liegt da wirklich wie so ein... Es gibt ja Rückenschläfer. Also es gibt ja Leute, die so schlafen, ne? Ich zähle auch nicht dazu, aber es gibt Leute, die können am Rücken super einschlafen. Also ich zähle definitiv nicht dazu. Das sieht unglaublich. Ich glaube, da liegst du aber trotzdem auch ein bisschen so, weiß ich nicht, hast du einen so ein Bein mal so an... Weil im Schlaf liegt man doch nicht da wie so ein Surfbrett. Weiß ich nicht, es gibt... Das sieht aus, wie der da liegt, oder? Gibt Leute, die so schlafen können, ja. Habe ich schon gesehen. Also... Schreibt's in die Kommentare, wenn ihr so schlaft wie Harry, ja? Das ist... Was ich geil finde, ist, dass sein Bett mal aussieht wie ein Bett. Ja, er ist schön zugedeckt, da ist ein ordentliches Kissen drauf und so. Und nicht irgendein Dreieck-Ding, was wir von Deep Space Nine kennen. Also das ist ein Bett, das sieht aus, dass man da auch drin schlafen kann. Ja, also... Und unerhörterweise, Sebastian, und das ist auch eine Grenzüberschreitung, mit der ich nicht so einfach mitgehen würde wie Kim, bricht Tom Paris in Kims Quartier ein, reißt ihn aus dem Schlaf, nimmt ihm die Schlafbrille ab und sagt, Harry, du musst dir unbedingt was ansehen. Und ich dachte mir so, was soll denn das? Vor allen Dingen, weil das, was er ihm jetzt zeigt, ist auch jetzt nicht so, dass ich denke, dass ich jetzt sagen würde, ja, aber kann er nicht klopfen und klingeln? Ist komisch, ne? Also das macht jetzt erstmal sowas daraus wie, ich hab was Verbotenes gemacht. Und musste ich jetzt hier so im Farmhaus so wecken, dass die Eltern nicht mitbekommen, dass wir uns da nachts rausstehlen oder irgendwie so. So wirkt das. Dabei ist das, was er da hat, ja gar nicht so, dass ich jetzt sagen würde, das ist ein großes Geheimnis. Und da muss man einen so konspirativ abholen. Ne, er hat nämlich ein Holodeck-Programm entwickelt. Ja, Programm Paris 3 heißt das. Und das ist eben dieses Ding, also wir haben zwar eine Kombüse auf der Voyager, wo sich Leute treffen und unterhalten, aber wir haben ja keinen Ten Forward. Also wir haben nicht diese Kneipe, wir haben auch keinen Quarks irgendwie. Und das ist jetzt dieser Ort der Zerstreuung, den Paris hier baut für Voyager. Aber bevor man da reingeht, Sebastian, ich weiß gar nicht, ob wir das erwähnt haben, möchte ich noch diese kurze Unterhaltung nochmal thematisieren. Denn es geht nochmal um diese Schlafbrille. Und Kim erzählt davon, dass irgend so ein James McAllister, der hat mal immer Lärm gemacht auf der Akademie und deswegen hat Kim diese Schlafbrille gebraucht. Und dann reden sie darüber, Kim sagt, das erinnert ihn an den Mutterleib, als er Mutterleib war. Und Paris sagt, wie kannst du dich denn daran erinnern? Und Kim sagt, ich erinnere mich daran. Und das ist so das erste von vielen Malen, glaube ich, wo wir den Harry als einen etwas seltsamen Jungen gezeigt bekommen. Ja, weswegen vielleicht auch. Der sagt einfach manchmal Sachen, die ich so höre, wo ich denke, echt? Das hast du jetzt gesagt? Also es ist ja okay, dass du das so in deinem Kopf als Gedanken hattest. Und jetzt sagst du das auch noch laut? Also Harry, dir ist schon bewusst, dass du dich dadurch so ein bisschen zum Fallobst machst, der ganzen Angelegenheit, ne? Und das ist, ja, das sollten wir, finde ich mal, uns notieren, als so diesen ersten Fallobst-Moment des Harry, oder? Vielleicht ist es auch der feine, ironische Humor des Harry Kim, den wir halt, vielleicht hat er einen Witz gemacht. Extremely little, Mr. Chekhov, kann ich dazu nur sagen. Hat kein Smiley benutzt, Sebastian, deswegen verstehst du das nicht. Ja, also, dieses Holodeck-Programm, es handelt sich um so ein französisches Bistro, französische Kneipe, denn wir erfahren, dass der Tom in Marseille war, als er auf der Starfleet-Akademie war. Da hat er so eine praktische Ausbildung gemacht und da geht man halt abends natürlich immer in die Kneipe. Und außerdem hat er ja eine Schwäche, Sebastian, für Französinnen. Hm, ja, spielt das dann auch so, wie das in so französischen Bistros ist? Das ist auch wieder so ein bisschen, das ist auch, weißt du, genauso wie das, was man über Chakoté erzählt, ist ja auch das hier. So ein Klischee, so ein Abziehbild einfach nur, dass dieses Bistro so ist, wie es ist. Und dann kommt die Sandrine rein, I always had a thing about you, Monsieur Thomas, how could anyone resist? Hast du sie erkannt? Hast du Sandrine erkannt, Simon? Nee, wer ist das? Die war letztes Jahr schon bei uns in der Zauberlaterne. Nein, doch, da war sie mal ganz lockerflockig 25 Jahre jünger und da war sie eine Schülerin, die sich verguckt hat in den Sidney Poitier in Toussaint with Love. Ist aber gar nicht ein Jahr her, Sebastian. Sagt das letztes Jahr, das ist vor ein paar Monaten gewesen. Dieses Jahr gewesen, ja. Dieses Jahr, dieses Jahr war das, ne? Ach, siehste, siehste mal. Ein halbes Jahr oder so. Ja, ich erinnere mich, jetzt wo du es sagst, ne? Tatsächlich, ja. Sandrine, natürlich auch das pure Klischee hier. Also dieser ganze, die ganze Butze ist das pure Klischee. Und die macht natürlich dem, ah, der Tomperis, ja. Und dann meldet sich noch eine andere Frau. Das ist Ricky. Also nicht, nee, nee, der Ricky, ja, sondern das ist halt eine Frau, die... Hey, jetzt kommt der Tomperis rein! Wäre geil, ne? Wenn plötzlich Ricky da wäre. Das wäre so immer für zehn Minuten lustig und dann würdest du sagen, komm, jetzt, jetzt, halt mal die Klappe, ja. Halt mal die Gosch. Ja. Naja, und die steht natürlich auch auf Paris. Klar, zwei Frauen, die auf den Paris fliegen. Und er erzählt auch, ah, die Ricky, die kommt in all meinen Holoprogrammen vor, ja. Das ist so das verbindende Element. Und da merkt man, ah, gucke mal. Ja, der Harry ist zwar der ulkige Junge, aber der Tom, der hat so diese, diese Sittenstrolch-Vibes so ein bisschen. Es ist so, als wäre einer mit so einem Hackebeil in den Charakter des Geordi reingehauen und hat diese linkischen Sachen in den Harry abgespalten. Und der Sittenstrolch ist in dem Tom verblieben, jetzt nicht. Wir haben natürlich auch noch andere, deutlich andere Charaktereigenschaften, die wir auch schon herausgearbeitet haben. Aber so in diesen, in diesen Merkwürdigkeiten sind sie irgendwie die beiden Teile, die beiden Helfen des Georges Laforge. Ich muss aber schon sagen, dass ich das nicht Sittenstrolch finde. Das Wort finde ich ein bisschen zu hart. Also niemand sagt ja, dass diese Leute tatsächlich wirklich existieren. Ja, das sind ja Fantasiegebilde, die er sich da gebaut hat. Ich finde es nicht ganz so krass wie Jordi, der dann seine große Liebe irgendwie da, ne, so Holoprogramm-mäßig nachbaut. Ich finde das noch okay, was er da macht. Ja, es ist ein bisschen klischeehaft alles und naja, gut. Und da läuft da so ein Gigolo rum, ja, so ein Frauenheld und dann, dann ist da alles passiert, ja. Dann sagt er, trinken wir mal was, ne. Und dann bestellt Harry einen Tee. Und Perrin sagt, du bist ja in Frankreich. Frankreich, 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 Frankreich. Es müsste im Hintergrund so laufen. Das ist perfekt. Und dann sagt Harry so, und das ist auch wieder so, ne. Ne, meint Gini-Krime, Sodbrennen. Und Perrin antwortet, der Wein ist holographisch. Da bekommst du kein Sodbrennen. Und bisher hat man uns auch immer gesagt, das Essen und Trinken am Holodeck ist, sag schon, Simon. Naja, ist repliziert. Ist repliziert, aber das ist scheinbar gar nicht. Und nicht holographisch. Echt. Und dann habe ich wiederum an ein paar Folgen gedacht, nämlich an Feige, ja, wo es ja darum ging, dass man, bei so Sachen muss man ja ganz genau arbeiten. Ja, bei dem Herz muss man ganz genau arbeiten. Der darf sich nicht bewegen, sonst verschiebt sich das. Aber dann so, so flüssiger Wein, das soll funktionieren, den man dann so in einem Glas hat und dann so trinkt, so tröpfchenweise. Das kann das Holodeck dann auf einmal. Ja, und vor allen Dingen holographisch heißt ja, Simon, du kannst es sehen, ja, und du kannst damit physisch interagieren. Und es gibt dir so durch Kraftfelder so den Eindruck, aber das schmeckt doch nach nichts, wenn das holographisch ist. Ist Holographie jetzt seit neuestem auch Geschmack? Ich dachte, Holodeck ist gucken, kacken, picken, packen. Gucken, kacken, picken, kacken. Gucken, kacken, picken, packen, ja, genau. Aber nicht lecken. Ja, das habe ich auch, also da habe ich auch drüber nachgedacht und irgendwann dachte ich, ich denke da jetzt einfach nicht mehr drüber nach, weil ich das irgendwie für Quatsch halte. Und wo es auch, ich weiß auch nicht, da muss ja kein Alkohol unbedingt drin sein, da will ich ja jetzt nicht propagieren, dass das immer toll ist und so. Aber wo ist der Spaß daran, einen Wein zu trinken, den man noch nicht mal schmeckt? Ja. Ja, also das kann ich dann auch lassen einfach. Aber okay, das ist wohl irgendwie so. Und in der Mitte steht ein Poolbillardtisch. So, Poolbillard, das ist ja auch ein großes Thema hier. Ja. Denn an diesem Tisch, da haben schon seit 600 Jahren immer die Besten gespielt. Immer. Immer. Unter anderem habe ich jetzt auch hier passend einen anachronistischen Superspieler von 1953 reingepackt. Das ist nämlich der Gaunt Gary, der sogar den großen Willi Mosconi höchst selbst bezwungen hat. Und Gaunt Gary, das ist, ich weiß immer nicht, wie der Schauspieler heißt, aber den hat man, den siehst du und du sagst, ach er. Ja, ja. Ja, so einer ist das, genau. Den hast du schon in tausend Sachen gesehen, ist nicht ganz so krass wie so ein Dick Miller, aber eigentlich auch so ein Gesicht. Den kennst du. Weil der ist auch so unvergesslich, der ist im Aussehen so unvergesslich fast wie in Vincent Schiavelli. Nicht ganz so krass, aber schon auch. Oder ein Riccardo Pizzotti. Also das sind einfach Leute, die man sich einfach merkt, ne. Und der sieht auch so ein bisschen, ich finde, er hat so ein bisschen was Italo-amerikanischer Gangster irgendwie, so kommt der rüber, ne. Der eigentlich in New York da durch die Straßen zieht. Aber er ist eben dieser Poolspieler, ja, um es mal genau zu sagen. Ja, der will dann gleich den Harry herausfordern. Und da gibt es auch irgendwie so einen Spruch, dass der Gaunt Gary dann sagt, hüte dich vor diesem Tom Paris. Wenn du nicht hinguckst, dann nimmt er dir gleich deine Brieftasche weg. Und ich finde ja, Simon, der Gaunt Gary, das ist der, der am unsaubersten überhaupt von allen Star Trek Charakteren spricht. Den kann man unglaublich schlecht verstehen, oder? Ja. Und ich bin ja jemand, der versteht wirklich das meiste, auch wenn die Leute sich so verslängen. Aber der gibt sich ja jetzt auch besonders Mühe, dass man ihn einfach nicht versteht. Für mich steht er ganz oft einfach nur da und sagt, Ach so. Dafür sind dein Untertitel eine super Erfindung, ne. Dann kannst du mal gucken, was der so redet. Ja, man spielt jetzt Pool und es ist ein kleines Fleckchen Erde, ja, im Delta-Quadranten in diesem Holodeck. Sebastian, jetzt kommt meine Frage, vielleicht wird das auch später nochmal irgendwann thematisiert, aber das große Ding ist doch Energiesparen. Aber Holodeck läuft, ne. Das wurde in der zweiten Folge schon thematisiert, als gesagt wurde, das Holodeck läuft auf einer anderen Energie, über eine andere Matrix. Wir können die Holodeck-Energie nicht nehmen, um irgendwas anderes zu betreiben. Und das haben sie natürlich nur deswegen gesagt, damit man nach Herzenslust Holodeck-Zeug erklären kann, ohne dass du, Simon, ankommst und sagt, was ist denn mit der Energie? Ja, aber das ist doch, die musst du auch irgendwann mal, regeneriert sich das immer? Das muss doch irgendwann auch mal aus sein. Das ist eine gute Frage. Und dass man das halt auch nicht konvertieren kann, die Energie, ne, das ist schon. Das ist ja eigentlich totaler Quark. Natürlich ist das Quark. Das ist eine große erzählerische Krücke einfach um das Holodeck. Bloß nicht, ich habe das nur so verstanden, dass der Doktor halt deswegen läuft, weil das auf einer anderen Energiematrix ist. Aber ich habe das nie so verstanden, dass es quasi bedeutet, naja, die haben jetzt unendlich Energie, das Holodeck. So habe ich das nicht verstanden. So habe ich es auch nicht gesagt. Also von da, wie ein bisschen strange. Aber ja, ich will ja jetzt auch nicht mit der Nadel weiter Löcher reinstechen. Ja. Ja, Warp-Antrieb ist Wechselstrom, ja, und Replikatoren ist auch Wechselstrom. Holodeck ist Gleichstrom. Richtig. Und Konverte haben sie, ist, gibt es nicht mehr. Gut, jetzt gibt es eine Untersuchung im Maschinenraum. Das finde ich übrigens interessanter als bei TNG. Die Belana untersucht da irgendwas und dann dreht sich da so ein Teil und irgendwie so, ne, da ist irgendwie mehr Action, ja. Da ist nicht nur Computer und PowerPoint-Präse, sondern die macht halt irgendwie was und untersucht dieses blaue Zeug. Kommt aber nicht, oder hat was entdeckt. Und sie will jetzt rausfinden, was das ist und geht deswegen zum Doktor. Und der ist wieder so herrlich abweisend eigentlich. Er sagt mir sein Sprüchlein auf. Please state the nature of the medical emergency. Warum musst du das denn immer sagen, Job? Sie fährt richtig zusammen. Das finde ich richtig gut. Weißt du, weil er das auch so laut sagt, ne? Und das fand ich tatsächlich sehr schön. Er steht auch hinterher, er materialisiert sich auch hinterher, ne? Ja. Genau. Ja. Kann sie mal was anderes sagen? Kaputte Schallplatte. Und jetzt erfahren wir zum einen, sie könnte ihn umprogrammieren. Das passt ihm nicht so gut. Und als sie sich nochmal über seine Einstellung, seine Attitüde beschwert, sagt er, ja, da gibt's diesen Typen, der hat das in mich einprogrammiert. Und der hat wahrscheinlich sich selbst in mich einprogrammiert. Und der heißt Zimmerman, ne? Da ist halt dieser Name und der sieht auch so ähnlich aus wie ich. Was ich auch noch schön finde an dieser Unterhaltung ist, dass der, als sie sagt, kannst du dich nicht selber mal umprogrammieren, sagt er, ah, ein Holodeck, das sich programmiert, ne? Ja, könnte ich ja mal machen. Ich könnte mal eine Familie programmieren oder eine Armee. Ja, das fand ich halt schön lustig. Alles ist wirklich lustig, muss ich sagen. Diese Sprüche sind lustig. Na gut, also Zimmerman, das wissen wir jetzt schon mal. Und dann kommt dieser Nebelspruch, was machen wir denn im Nebel? Und er richtet sich darüber auf. Und er sagt halt das, was dann auch viele Leute gesagt haben, die es gesehen haben, ne? Warum forschen wir? Wir müssen doch nach Hause fahren. Was sollen diese Umwege, die wir ständig machen? Ja, also er spricht im Grunde das aus, was ja auch viele dann so gedacht haben, ne? Vielleicht auch fälschlicherweise gedacht haben, aber die machen ständig Umwege. Ich finde es aber schön, dass er schon einen Schritt weiter ist. Denn in der letzten oder vorletzten Folge hätte er noch gefragt, warum sind wir denn in einem Nebel? Und dann hätte das Gegenüber gesagt, ja, weil das und das war. Und er so, ach ja, die Janeway wieder, sie informiert mich nicht. Und hier ist er schon einen Schritt weiter und sagt, warum sind wir in einem Nebel? Nein, sag's nicht. Wir machen das nämlich immer so. Das habe ich jetzt auch schon spitz bekommen, sagt er. Also er lernt wirklich dazu und denkt sich, ich weiß jetzt hier, wie der Hase läuft. Wie die Captain Janeway tickt und auch wenn es mir vielleicht nicht passt oder wenn es meiner Programmierung nicht passt. Jo, jo, jo. Ich fange jetzt an, mich damit abzufinden. Ist halt, wie es ist. Dann hilft er ihr aber, untersucht das Zeug. Sie glaubt, das ist irgendwie so phosphorytisches Eisen. Keine Ahnung. Und er sagt, nee, es war ganz interessanteres. Also er hilft dir jetzt. So, jetzt kommt die Szene. Ja, der Chakotay spaziert bei der Janeway rein und der hat irgendwie so ein Ledertuch hat er in das, was eingewickelt ist. Und er sagt auch direkt, das ist mein Medizinbündel. Ja, weil das hat man, also man hat ein Medizinbündel dabei. Und er sagt, ich habe es noch nie jemandem gezeigt. Du kannst es dir ansehen. Und ich könnte dir jetzt dabei helfen, deinen Tierberater zu finden. Und irgendwann mal musst du da ein eigenes Medizinbündel zusammenstellen. Und hinterher erfahren wir, aber er hat schon einigen anderen Leuten auch schon mit dem Animal Guide bekommen. Wie hat er das denn ohne seinen Medizinbündel gemacht oder so? Das ist Chakotay's Ding einfach. Das ist, ich will nicht Masche sagen, weil das klingt so negativ. Aber das ist, wenn du den Chakotay ein bisschen kennst, irgendwann kommt diese Animal Guide Geschichte. Und irgendwann kommt dieses Medizinbündel und es haben schon hunderte gesehen. Ja? Ja, 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 natürlich. Du bist die Erste, der ich das zeige, ja. Okay, ich verstehe. Er packt auch Sachen aus, wo es jetzt wirklich nach Klischee City geht. Er steht einfach nur, ja, er sagt, a blackboard's wing, a stone from the river, an Akuna. Das muss man mit diesen vorgeschobenen Zähnen nach wie vor sagen. Also er hat so einen Vogelflügel dabei und einen Stein aus einem Fluss natürlich. Und dann diesen rätselhaften Akuna. Ein Amselflügel ist das, ja, genau. Ja. Genau. Und er sagt, dieses Akuna, das ist einfach ein Gerät, das dafür sorgt, dass Dinge passieren in deinem Kopf. Und er, was ich schön finde, er sagt, naja, mein, früher haben das die Leute ja mit so psychoaktiven Gräsern gemacht, ne? Ja, den hat mein Opa noch am Frosch gelutscht. Ich habe einen Akuna, ne? Ich habe einen Kaktus gekocht und so, ne? Ja, aber wir machen das anders. Wir haben dieses tolle Gerät. Die Technik ist ein bisschen weiter. Und dann macht sie das auch, ne? Sie fängt dann an zu meditieren, legt ihre Hand auf das Akuna und dann soll sie sich an einen Ort denken, wo sie am glücklichsten und friedvollsten war. Und das ist so ein, ja, so ein Strand an so Sonnenuntergang-Szene, ist das irgendwie, ne? Stell dir die Jewe-Wer-Werbung vor mit diesem einen Typen, nur ist da ein schöner Sonnenuntergang. Lass mich da mal kurz einhaken, Simon. Ja. Das ist ja so ein Fake-Miniatur-Strand. Also du siehst dreimal gegen den Wind, dass das nicht breiter als anderthalb Meter sind, aber geschenkt. Man hatte nicht viel Geld in dieser Woche. Man musste ein bisschen Geld sparen. Finde ich ja eigentlich fast schon sympathisch, dass das so scheiße aussieht. Aber okay, das ist der Ort, wo sich Janeway am zufriedensten und friedvollsten findet. An diesem, hier in den Dünen Borkums. Ja. Da habe ich die Folge pausiert und habe mich gefragt, was würde Simon wohl für einen Ort auswählen, wenn der Chokotay bei ihm reinkäme und ihm sagen würde, geh mal zu dem Ort, wo du dich am zufriedensten und friedlichsten fühlst. Denn ich, Simon, muss sagen, mir würde kein Ort einfallen. Also mir fällt einer ein, aber den möchte ich eigentlich nicht verraten, weil das sehr persönlich ist. Ich kann dir das off-topic, kann ich dir das sagen. Aber das ist ja deswegen, es ist ja was sehr Persönliches. Das ist ja so eine persönliche Empfindung, die man damit verbindet. Ja, aber mir fällt einer ein tatsächlich. Okay. Der ist jetzt auch nicht besonders kreativ, aber mir fällt einer ein. Okay, also bei mir gibt es keinen Ort, aber du hast natürlich die richtige Antwort gegeben. Denn als Janeway raushauen will, wo sie ist, da sagt der Chokotay auch, darfst du nicht sagen. Das macht den Animal Guide Fuchstäufels wild. Du darfst nichts verraten von dem, was du da siehst. Ja, und dann, Sebastian, kommt die Enthüllung. Denn tatsächlich ist es ja das erste Tier, was die Janeway sieht. Und dann guckt sie und sieht, was, Sebastian, was ist das Janeway Spirit Animal? Das ist so ein unglaublich lethargischer, kleiner Gecko. Oder Leguan, oder? Du bist zoologischer als ich. Ungerisch? Ich habe keine Ahnung. Aber sowas wird das sein, ja. Ich konnte es auch nicht hundertprozentig identifizieren und habe mich da listig aus der Affäre gezogen, indem ich dich gefragt habe. Aber was Gecko-artiges. Ja, genau. Ich dachte, nee, habe ich nicht erkannt. Genau, hundertprozentig. Ich bin nicht Gecko. Zoo viel. Toll, dieses Tier. Ich habe ein bisschen darüber gelesen. Der war lebendig, auch wenn man es ihm gar nicht ansieht, weil er bewegt sich nicht viel. Und sie haben aber versucht, den während des Films ans Bewegen zu bekommen, Simon. Die haben einen Föhn draufgehalten und wollten ihn so ein bisschen ärgern damit, dass er sich mal bewegt. Aber es war nichts zu machen. Der Gecko war tiefenentspannt. No animals were harmed during this production. They were only pissed off by us. Ja, genau. Und jetzt ist ein super Moment, mal über den Bären im Raum zu reden. Nämlich über den Chakotay. Wir haben schon erklärt, warum wir ihn liebevoll manchmal Fred nennen oder Chuckles. Das haben wir nicht erklärt, oder? Fred? Haben wir das nicht erklärt? Doch, haben wir erklärt. Ja gut. Aber hier erklären wir es nicht. Vielleicht erklären wir es später nochmal. Hallo, hier spricht der Sebastian aus der Zukunft. Ein kurzer Hinweis. In den nächsten Minuten wird viel gelacht. Das klingt dann vielleicht so, als würden wir uns über indigene Menschen und ihre Kultur lustig machen. Also bevor ihr überhaupt erst diesen Gedanken hegen könnt und euch dann der Arsch platzt vor lauter Entrüstung, sei euch gesagt, das ist nicht der Fall. Weil wir haben in diesem Moment, in diesem Zeitpunkt, wo wir also lachen, noch eine Informationsvorsprung vor denjenigen von euch, die noch nicht wissen, was wir wenige Minuten später erzählen. Und weil wir das schon im Hinterkopf haben, lachen wir dann da. Also das ist kein Zeichen von fehlendem Respekt. Eher ein Lachen der entsetzten Empörung. Aber hört selbst. Aber lass uns doch mal die Genese dieses Charakters betrachten, Sebastian. Wie ging das Ganze los? Mit Blick auf die damals bereits jahrzehntelange positive Wirkung des Charakters Uhura nahm sich Chefin Jerry Taylor vor, nun Ähnliches mit einem Native American zu machen. Ein Vorbild. Einen Boost. Die Zukunft sieht gut aus. Ihr habt einen Zweck. Ihr seid wertvoll. Ihr werdet Führungspositionen haben. Ihr werdet eine Macht darstellen. Und das war einer der ersten Charaktere, den wir uns fest vornahmen. Also Chakotay, so Jerry Taylor, war von Anfang an Teil der Crew. Und aus Taylors ersten handschriftlichen Notizen ist Folgendes zu lesen. Ein Native American. Ein wenig wie, wie spricht man das aus nochmal? Queequeg. Queequeg in Moby Dick. Er hat der Erde entsagt und lebt als Auswanderer auf einem fremden Planeten. Er ist ein mystischer und mysteriöser Mann, in dessen Vergangenheit eine unerklärte Verbindung zu Captain Janeway besteht. So was ja, an wen erinnert dich das? Ja, das ist so ein bisschen wie Geinen und Picard. Und wie schön, dass sie es nicht gemacht haben. Weil das klingt wieder nach so einer mega esoterischen, verkopften Next Generation Serienbibelrampe, die man dann nie richtig einlöst. Stattdessen haben sie einfach gesagt, nee, der hat keine mysteriöse Verbindung zu Captain Janeway. Die lernen sich jetzt hier das erste Mal kennen. Und das reicht dann auch. Ja, aber Simon, dieses mystische Ding, da geht es ja schon, das ist ja schon, mystisch ist ja schon ein aufgeladenes Wort, ne? Ja, also das geht ja wieder in diese Richtung Magical Indian. Ja, also du hast halt irgendwie denjenigen, der indigen ist oder du hast auch, das gibt es ja auch oft, ne, den schwarzen Charakter, den einzigen schwarzen Charakter in irgendwelchen Filmen und so weiter. Dann haben die irgendwie so was mystisches, so eine magische Aura, ja, also oder so orakelhaft oder irgendwie was, ne? Das ist natürlich ein mega Klischee und ein Stereotyp und das wollte man eben vermeiden. Und deswegen hat man das Wort mystisch recht bald durch das Wort komplex ersetzt. Ich finde das alles sehr lustig irgendwie. Aber ja, dann war es der komplexe Indianer. Ja, gehen wir mal in die Serienbibel. Der erste Offizier ist ein, haltet euch fest, komplexer Mann. Das ist auch so, das hörst du, da denkst du, oh ja, oh, der ist komplex. Aber es sagt ja eigentlich nichts, sagt gar nichts. Manche würden ihn als schwierig bezeichnen. Er hat hier einen Fuß in zwei unterschiedlichen Kulturen, gehört gleichzeitig zu beiden und zu keiner. Das haben wir ja auch schon des Öfteren in Star Trek gehabt, ne? Der Worf. Seine, der Worf und der Spock auch, ne? Seine Vorfahren verließen die Erde, um sich der dortigen kulturellen Gleichförmigkeit zu entziehen. Oh, das ist aber auch ein finsterer Blick auf die Erde, ne, auf die moderne Erde. Ja, ja. Sie gründeten eine eigene Kolonie, basierend auf ihrer jahrtausendealten Kultur in der entmilitarisierten Zone. Doch selbst unter diesen Kolonisten ist Chakotay ein Individualist gewesen, der alte. Individualistisch schlau. Individualistisch schlau. Er gab oft Widerworte. Entschuldigung, ich will das nicht so. Also unter diesen Kolonisten war Chakotay ein Individualist, der oft, der oft, ich bin ein Pseudo, kein Individualist, der oft Widerworte gab. Ja, interessant. Also er ist bei diesen Leuten, die sich sowieso schon da so rausgezogen haben aus der ganzen Föderationsnummer und er ist da auch unzufrieden drin. Denn obwohl er sein Kulturerbe schätzt, ist er davon angenervt, dass die so insulär sind, fast schon so changelinghaft Xenophob und den Rest der Galaxis ignorieren, wo er doch davon so angetan ist, so fasziniert. Genau. Es zog ihn zu den Sternen und schließt sich an die Starfleet Academy. Doch auch dort hatte der querköpfige Chakotay Anpassungsschwierigkeiten. Als er auf der USS Merrimack Dienst tat, erfuhr er, wie schlimm ist seine Heimatkolonie nach dem Ende der kalasianischen Kriege. Er ging, er verließ also Starfleet und wurde zu einem der Gründungsmitglieder des Marquis. Er gab seinen Glauben und die dazugehörigen Rituale nie auf. Er praktizitiert. Wow. Er praktiziert. Das ist die Steigerung von praktizieren, praktizitieren. Theorie zitieren gibt es auch, ne? Entschuldigung, ich weiß es gerade von zwei Minuten mit mir passiert. Er praktiziert diese auch auf der Voyager. In seinem Quartier steht ein indianischer Altar. Also da wird auch das Wort, wird so da verbraucht. Ein indianischer Altar. Und eine Wand ist eine traditionelle Wandzeichnung. Mit Zeichnung, weiß ich nicht, mit Büffeln oder sowas. Und im Holodeck hat er ein zeremonielles Habak-Programm. Au backe, Simon. Wir erinnern uns, dass diese Räucherkammer, ne? Also wo man dann reingeht und dann geht's richtig rund, ja? Da kommt der Vater von Wesley rein. Richtig, ja. Chakotas Krafttier ist der nordamerikanische Timberwolf. Ja, also fast so gut wie Bär. Eigentlich genauso gut, ne? Das ist auch so, Wolf ist auch so. Das ist halt ein komplexer Mann. Ja, ja. Er erscheint ihm in Träumen und Visionen und hilft ihm bei Entscheidungen, ja? Der mit dem Wolf tanzt. Schlimm ist das, ja? Ja, also das kann ich schicken. Schön, ja. Statt dass sie gesagt hätten, der Barsch ist sein Krafttier. Nein, es ist der Wolf, ja? Ja. Ja, also sein Krafttier ist der Wolf. Der hilft ihm immer. Und jetzt kommt natürlich auch noch so dieses Mutter-Erdgläubige, ja? Er hat Ehrfurcht vor allem Lebendigen und bevor er etwas isst, dankt er der Erde für die Nahrung. Er ist Vegetarier und konsumiert weder Alkohol noch andere Drogen. Als Führungsperson ist er felsenfest, furchtlos und inspiriert seine Untergebenen zu vollkommener Hingabe. Also Chakotay dem Volkse bis in, bis, verzeiht mir, bis zum Manitustorn. Obwohl Chakotay ein Marquis war, erlangt er an Bord der Voyager rasch sogar den Respekt der eingefleischten Starfleet-Veteranen. Auch das würde ich sagen, ist so. Also Chakotay wird ja akzeptiert, ne? Ja. Sofort entsteht eine enge und kraftvolle Verbindung zu Janeway. Das würde ich auch unterschreiben. Und jetzt kommt es in der Serie Bibel. Und eine ungewöhnliche Verbindung zu Harry Kim. Denn Harry beginnt durch Chakotay sein bisher nie hinterfragtes Pflichtbewusstsein. Die Gleichmachung der Föderation, da haben wir es wieder. Und andere traditionelle Starfleet-Werte infrage zu stellen. Nein, das passiert einfach nicht. Der Mann hinter der Maske. Robert Beltran. Robert Beltran las das Drehbuch und fühlte sich sofort angesprochen. Er ging zum Casting und hatte die Rolle als einer der Ersten im Sack. Beltran hatte bereits eine lange Theaterkarriere, diverse Fernsehrollen und sogar einige bedeutsame Kinofilme in seiner Vita. Darunter die Titelrolle in Paul Bartels Eating Raoul. Aber, und da kenne ich ihn her, auch Night of the Comet, die Nacht des Kometen. Dieser wunderbare Science-Fiction-Zombie-Horror. Richard K. Berman sagt dazu, das war ein sehr smartes Casting, ein toller Schauspieler, sehr attraktiv, kantiges Kind, eine super Stimme. Also der war begeistert. Und ja, jetzt haben wir ja dieses Ureinwohner-Thema und Beltran bat um ein Meeting mit den drei Chefs Taylor, Piller und Berman, um darüber zu sprechen, Sebastian. Was hat er denn da gesagt? Er hat gesagt, also Leute, hört mal genau zu, ich bin kein US-amerikanischer Indigener. Meine Wurzeln sind mexikanisch, ja, und als solche kommen meine Vorfahren aus den zurückliegenden Generationen aus Mexiko selbst, andererseits aber auch aus Europa. Und es wird vielleicht Leute geben, die ein Problem damit haben, wenn ich als, ja, Euro-Mexikaner sozusagen einen indigenen US-Amerikaner spiele. Ich selbst habe kein Problem damit, weil meine mexikanische Abstimmung auf indigene Wurzeln zurückgeht. Wir sollten aber auch mal darüber gesprochen haben, dass es vielleicht Gegenwind gibt, aber dass ich cool damit bin und ihr drei hoffentlich auch. Also zumindest hat er da auch Fühler gehabt und hat auch mal gesagt, das kann auch ein bisschen nach hinten losgehen. Und in vielen, vielen Jahren machen sich zwei Leute in einem Podcast darüber vielleicht lustig. Und nicht nur wir, nicht nur wir. Welchem Stamm Chokota jetzt genau angehört, das wurde nie ausdrücklich gesagt. Wir sehen, ich glaube, es ist in Staffel zwei, sind wir mal so ein bisschen mehr von dem Stammesleben. Aber je länger die Serie lief, desto mehr Einflüsse nahm man für ihn von den Maya, Azteken oder Olmeken. Eben auf den Beltran guckend die mexikanischen Ureinwohner, die mexikanischen Indigenen. Und die hatten tatsächlich auch eine große Menge Ahnung von Astronomie. Und daher rührt dann auch Chakotas wissenschaftliche Faszination von den Sternen. Das wurde dann so erklärt. So, soweit zu Chakota. Jetzt müssen wir aber auch noch über was sprechen. Da bin ich fast vom Schul gefallen, als ich es heute gelesen habe. Denn ich wusste es nicht. Und bin direkt das Rabbit Hole runter und habe auch über den gelesen und so. Und dann dachte ich ja, irgendwie hast du es schon mal mitgekriegt. Aber ich habe es komplett verdrängt. Denn man hatte anfangs einen ganz anderen Berater, was dieses indigenische Thema angeht. Und die Geschichte ist einfach zu gut, dass wir die hier verschweigen können. Es gibt jetzt ein paar Infos zu einem gewissen Jackie Marx. Jackie Marx wurde 1931 in New York geboren als, und das merkt euch mal, das ist wichtig. Er wurde geboren als Sohn osteuropäischer Auswanderer. Also der kam so vom Balkan oder Richtung Russland oder so. Das war nie so genau klar. Auf jeden Fall so ganz grob aus dieser Richtung. Ende der 60er Jahre fing Marx an, sich als indigene Amerikaner auszugeben, vom Stamme der Cherokee. Er gab sich selbst den Namen Jamakei Highwater. Jamakei Highwater, wunderbar. Als solcher veröffentlichte er Sachbücher und Romane, Musik und Gedichte. Und sein 1973 veröffentlichter Jugendroman an Pau, an American Indian Odyssey, gewann die renommierte Newberry-Medaille. Und es gab bereits erste Stimmen, denen das komisch vorkam einfach, ja. Dieser Highwater, was der da so schrieb, das war widersprüchlich, das war unbelegbar teilweise. Und auch so märchenhaft fantasiertes indigenes Zeug. Keine wirkliche Kultur, historische Aufarbeitung, sondern so zurechtgesponnen. So Karl May mäßig ein wenig. Und das ist ja schon, ich meine gut, klar, er ist kein Indigener. Er hat sich als ein solcher ausgetan. Aber es gab schon ziemlich früh Leute, die das gemerkt haben. Aber da war ja noch lange nicht Schluss. Nee, natürlich nicht. Denn der Kollege hat auch für Kassel gesorgt. 1981 schrieb er das Sachbuch The Primal Mind, Vision and Reality in Indian America. Und dieses Buch nahm der von öffentlichen Geldern unterstützte Bildungsfernsehkanal PBS im Jahr 1984 als Grundlage für einen Dokumentarfilm, bei dem Marx auch als Moderator vor der Kamera stand. Und der ist ja richtig eingeschlagen. Ja, er stand da natürlich vor der Kamera und sagte nicht, ich bin Jackie Marx. Er sagte, ich bin Jamake Highwater. Und jetzt erzähle ich euch mal was von meinen Leuten. Aufgrund dieses Erfolgs folgten noch weitere PBS-Dokumentationen mit ihm als Moderator, wo er dann wieder den Jamake gegeben hat. Und unter anderem war als Produzent hier und dort bei PBS auch schon ein gewisser Richard Keith Berman beteiligt. Ja, Marx in dieser Rolle als Highwater wurde so 1984 zu einer ziemlichen Berühmtheit. Ja, gewissermaßen, einige werden sich noch erinnern, der Joachim Bublert des indigenen Dokumentarfilms, seine Primal Mind Foundation, bekam ganze 825.000 Dollar an öffentlichen Fördergeldern. Also da steckte jede Menge Geld dahinter. Aber im selben Jahr flog der Schwindel auf. Denn der Aktivist Hank Adams vom Stamme der Anishinabe, würde ich sie nennen, ja? Anishinabe, ja, hätte ich auch gesagt. Die Anishinabe, ja. Der hat recherchiert mal und der kam dem auf die Schliche, dem angeblichen Jamakei Highwater. Und nicht nur er, sondern auch der Investigativreporter Jack Anderson von der Washington Post. Also auch nicht so ein Käseblättchen eigentlich, sondern schon, sodass man meinen müsste, oh, jetzt ist er mal aufgeflogen. Ja, was geht in so einem Menschen vor, der da so was erzählt, so ein Schwindler ist? Der hat eine ganz lapidare Erklärung dafür. Der Marx hat nämlich gesagt, ich war mir sicher, dass ich anderweitig keinen Erfolg als Autor haben würde. Und jetzt, Sebastian, sind wir in so einem Ding, das erinnert mich, also für mich ist immer so ein, das kommt total oft vor, aber für mich ist so ein super Beispiel, immer so diese amerikanische Fernsehprede, die ja vom Schlager eines Jimmy Swaggart oder sowas, ne? Man weiß, dass die einen Riesenscheiß erzählen, ja? Es ist aber einfach egal. Dem Marx war es auch egal. Und der machte weiter. Jamakei Highwater ist nicht gestorben mit diesem Beitrag. Sondern er machte weiter. Dem Mainstream hat es nicht gejuckt. Wie irre, Simon, ist das eigentlich? Donald Trump ist auch Präsident geblieben, obwohl unfassbare Dinge passiert sind. Es ist leider überhaupt nicht irre, sondern es ist total menschlich. Und dann schrieb er auch noch einen unverschämten Scheiß, muss man mal sagen, in sein nächstes 1986er Buch. Also alles andere war ja auch schon unverschämter Scheiß. Aber jetzt ist es auch wirklich noch ein Schlag ins Gesicht der Leute, die da recherchiert haben. Denn in seinem 86er Buch Shadow Show schrieb er dann, das größte Geheimnis meines Lebens ist meine eigene Identität. Ja, ein gewisser Gerald Risenor vom Stamme der Anishinaabe sagt dazu, es gibt da kein Geheimnis. Der Mann ist einfach keiner von uns. Das ist ein Hochstapler. Aber nichtsdestotrotz, er war gesetzt im Mainstream. Er stand im Adressbüchlein des Richard Keith Berman als der Sachverständige für indigene Belange. Und als solchen heuerte er ihn dann auch 1994 für Star Trek Voyager an. Ja, so wie man den Rain Schenker hatte und den André Bormanis als Wissenschaftsberater, dass die mal gucken, dass mit dem Nebel im Weltall alles einigermaßen klar geht. Hat man von höchster Chefstelle bei Star Trek aus diesen Hochstapler engagiert, um was zu tun, Simon? Naja, immer wenn es um indigene Belange bei Star Trek Voyager ging, dann wurde der halt dazu geholt. Ja, der durfte sich dann dazu äußern. Wann immer es um Chakotay seine Herkunft, sein Brauchtum geht, holt Voyager sich den Rat bei Marx. Und Drehbuchpassagen wie diese Szene jetzt hier mit Chakotay und seinem Medizinbündel wurden zum Gegenlesen, zur Korrektur und anschließende Freigabe an, ja, sozusagen die Dokumentation geschickt an Marx. Und niemand, niemand hinterfragte, mit wem man es da zu tun hatte. Das ließ man einfach so schön laufen, ne? Einfach bloß, weil der Richard Keith ihn, ja, wohl kannte aus den 80ern von diesen PBS-Sachen, die sie da gemeinsam gedreht haben. Wahnsinn. Ja, also, keine Ahnung, ne? Ich habe hier diesen Typen im Adressbüchlein, ich kenne ihn noch aus den 80ern, ja, der hat irgendwie was mit dem, den holen wir mal dazu, ne? Vielleicht war auch der Glaube einfach da, dass der sich wirklich auskennt. Das kann ich nicht beurteilen. Vor allen Dingen, als er dann starb, der Marx, im Jahr 2001, da gab es ja in der New York Times, in der LA Times, gab es Nachrufe, die eben gesagt haben, dieser Jama-Key-Highwater ist ein waschechter Native American und ist Fachmann auf dem Gebiet. Da passt ja alles. Das lag aber auch wohl daran, dass die ihn A nicht sauber recherchiert haben, aber dass der Marx halt auch zeitlebens den Zugriff auf verräterische Dokumente, nämlich auch unter anderem seine Geburtsurkunde, von seinem Anwalt blockieren ließ. Da hatte keiner Einsicht drauf. Er hat sich schon auch wirklich vertuschend Mühe gegeben, diese angenommene Identität des Jama-Key-Highwater so, ja, aufrecht zu erhalten, ne? Ja, und der Kenner und Aktivist Hank Adams, der hat dazu Folgendes gesagt, er sagt, dieser Mann war der goldene Indianer. Er machte Gold, er machte Geld. Es geht hier um gestohlene Stimmen, denn er strich Millionen von Dollars ein, die echte indigene Schriftsteller hätten bekommen sollen, die man nicht gelesen hat, weil man ging ja immer zu dem Kollegen Highwater, ne? Wir Aktivisten setzen seiner öffentlichen Förderung und seinen Verträgen mit PBS ein Ende, immerhin. Doch, ihr seht es ja an diesen Nachrufen, er gilt immer noch nach seinem Tod als indigener Autor. Er hat mehr Bücher verkauft als Vine Deloria. Das ist nämlich ein echter indigen abstammender Autor und Politikwissenschaftler. Seine Werke werden immer noch in Schulen, Universitäten gelehrt. Er starb als Indigener, sein Anwalt verwaltet sein Nachlassen, all seine indigenen Lizenzgebühren. Er beendet seine Karriere als Indianer und Indianer-Experte. Er ist aber Jack Marks, nicht Jamakey Highwater. Erinnert euch bitte daran, er ist Jack Marks, nicht Jamakey Highwater. Es gab niemals einen Jamakey Highwater. Da würde ich Hank Adams fast schon widersprechen. Es gab einen Jamakey Highwater, nur der war full of shit. Ja, also ich kann es nicht hundertprozentig beurteilen, wie echt das war, also wie viel Ahnung der tatsächlich davon hatte. Aber dieses Vortäuschen einer Identität, nur um zu sagen, ich bin das jetzt. Ich bin jetzt, ich stehe morgen auf und ich bin indigen. Ich bin da geboren. Ich kenne mich da super aus. Das spricht natürlich nicht gerade für eine gewisse Verlässlichkeit. Also von daher, strange Geschichte. Ja, aber Simon, es spricht in meinen Augen auch nicht dafür, dass man sich mal so umgehört hat in wirklichen indigenen Kreisen bei Paramount. Nee, genau, ja. Als man Star Trek Voyager gemacht hat, sondern da wurde ja ganz offenkundig gesagt, ja, wir machen jetzt hier diesen Chakote. Jetzt komm, hol mal irgendeinen, der da mal so da drüber guckt. Und das ist ja auch scheiße einfach. Natürlich ist das scheiße. Also das ist richtig scheiße zu sagen, wir wollen etwas tun, was diese Leute, denen ja unfassbar übel mitgespielt wurde in der Geschichte der USA. Und das ist noch fast ein Euphemismus, den ich hier verwende, denen unfassbar übel mitgespielt wurde, dass man sagt, ja, lass die jetzt mal mit der Serie empowern in diesem Charakter, so wie wir es mit der Ura geschafft haben. Aber so in der Ausführung ist uns das eigentlich so ein bisschen scheißegal. Hauptsache irgendwie läuft das schon und es wird mal so ein Medizinbündel ausgepackt. Und das ist schon echt, da, boah, Simon, das finde ich schon bitter. Das ist bitter einfach. Ja, und dieses Ding mit dem Medizinbündel ist auch noch das Uninteressanteste eigentlich daran, ja. Also warum nicht mal was Interessantes erzählen als diese uralten Klischees mit Spirit Animals und so. Ja, na gut, sei es drum, wir müssen damit leben. Diese Szene wird jetzt unterbrochen von Belana, ja, und Janeway wird da aus ihrem, aus ihrer Halutze wird sie irgendwie rausgerissen, ja. Und dann, dann sagt sie eben, ah, er wird da hier mit seinem Medizinbeutel, ne. Ja, sieh an. Ja, und sie ist die Erste, die ihr Animal Guide auch umbringen wollte, sagt er dann auch nochmal. Ja, das ist wieder so ein Belana-Gag. Ja, man hat diese Analyse beendet, man hat festgestellt, das Zeug ist organisch, was da auf uns drauf klebt, diese blauen Dinger. Und daraus schließt man, hör mal, das war vielleicht gar kein Nebel, das war vielleicht eine Nebellebensform, in Nebelform. Ja, arschvoll dicke Nägel, denn jetzt zieht man sich mal zurück auf die Brücke und untersucht, ob man da nicht vielleicht Schaden angerichtet hat, ob man dieses Lebewesen empfindlich verletzt hat. Und im Hintergrund ist auch der Doktor zugeschaltet auf dem Hauptbildschirm, das sieht man so in dieser Form eigentlich nie wieder. Ja, aber der ist da zugeschaltet und er sagt auch, ja, zähl mir mal auf, ihr seid da reingeflogen, ihr habt Fasers losgeballert und dann noch ein Photon-Torpeer da reingehämmert. Ich glaube schon, dass ihr dem so ein bisschen Schaden zugefügt habt, hm? Ja. Und jetzt der Move von Janeway, Simon. Ja, die beendet jetzt die Audio-Verbindung, also der Doktor ist einfach nicht mehr zu hören, sie hat es satt, das Gelaber von ihm, ja, diese Vorwürfe da unten aus der Kragenstation vom Computerprogramm auch noch, die ja alle stimmen, wobei man schon sagen muss, na gut, hätte Janeway damit rechnen können, nein, schon, also damit rechnet man ja nicht. Nein, man rechnet nicht damit, dass man so ein Lebewesen verletzt und das ist natürlich auch schwer tragisch, aber wenn der Doktor das doch sagt, Simon, das ist auch schon, dass die Leute so anti-Holo oder so anti-KI geschrieben werden, dass der den dann stumm schaltet einfach, weil eine Belana hätte sie nicht stumm geschaltet, auch wenn die was Unbequemes sagt, das finde ich schon, hm. Also ich habe ja privat sehr viel mit Google und Siri zu tun, also mit beiden quasi, weil ich in beiden Welten unterwegs bin und ich bin auch schon ausfallend geworden gegenüber der KI, muss ich sagen. Ja, aber das ist, ja. Aber na gut, das ist eine Diskussion, die heben wir uns auf, wenn wir mal irgendwie noch ein bisschen mehr über den Doktor reden oder so, keine Ahnung. Ja, dann ist natürlich diese Rampe, die man baut, damit er sich wundersam da zu so einer Lebensform erheben kann, deswegen müssen die so anti sein. Ja, natürlich. Und Kes muss die sein, die für ihn spricht, also es spielt hier jeder seine Rolle, die da für sein muss, ne. So ist das, ja. Ja, ja, ja. Man kommt jetzt darauf, dass diese ganze Aktion da, also das waren wahrscheinlich natürliche Verteidigungsbehandlungen, ne, so eine Art Immunsystem, was da losgelegt hat gegen die Voyager und es ist auch durchaus möglich, dass man da ein lebenswichtiges Organ verletzt hat, als man sich da freigeschossen hat, ja, man hat quasi Bauchwand geöffnet oder sowas. Ja, ja. Ja, also wir haben dieses Wesen verletzt, wir müssen das jetzt auch wieder versuchen zu heilen, ja, also wir sind da schuld. Können wir das machen? Und ja, so im Zusammenspiel mit dem Doktor, der dann irgendwann wieder, der im Hintergrund so winkt und sowas, ja, und Paris sagt hier, der will hat was zu sagen, kommt man ja dann auch auf eine Möglichkeit. Denn, Belana war dem Ganzen schon heiß auf der Spur, war schon nah dran, sagt der Doktor auch, wenn man einen nukleonischen Strahl dann da so an diese Wundkanten schießt, dann könnte es sein, dass das wieder zugeht. Und bravo, meint der Dok, und um das hinzubiegen, muss man da reinfliegen. Und Simon, das finde ich gut, weil das eine der wenigen Folgen ist, wo man wirklich sich nochmal wieder in Gefahr begibt, um etwas zu korrigieren, was man falsch gemacht hat. Und das ist, glaube ich, so noch nicht so oft in Star Trek vorgekommen, dass man sagt, ja, Kacke, müssen wir, ist zwar überhaupt nicht gut für uns, könnte auch dieses Schiff womöglich sogar zerstören, aber ja, das ist, wie du schon sagst, unsere Pflicht, ne. Das ist sehr Star-Trackig hier, ne, und das ist auch, finde ich, nachvollziehbar. Also, das kann man ja nicht einfach so machen. Ja, es ist halt schön, wie der Doktor, der Taurus dann so hilft, auf die Lösung zu kommen, ja, das quasi, sagt er das schon mit der Nadel? Und dem, 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 oder kommt er später, was sagt er das hier? Dass man nähen muss, das kommt gleich erst noch, hm? Okay, ja, ja. Jetzt gehen wir erst nochmal zum Nelix vorher, hm? Der serviert gerade Essen in der Kombüse und dann, dann ist es irgendwie Alarmstufe gelb. Er hat gerade den Leuten noch erzählt, hier ist man nicht, die pinken Dinger, die sind ein bisschen scharf, da kriegst du einen Flotten-Otto von. Da ist Alarmstufe gelb, ruft der Chokotay aus und Nelix riecht wieder Schnappatmung. Weh, Alarmstufe gelb, ruft der Chokotay, was ist los? Erzähl mal, ja, wir sind so ein bisschen beschäftigt, ja, man muss ja mal sagen, was ist denn los? Und Chokotay erklärt in aller Kürze, bevor er den Nelix wieder abwürgt, was jetzt Phase ist, dass man dann nochmal wieder reinfliegt, um diese Wunde zu heilen, die man dort angerichtet hat. Und damit ist das jetzt für Nelix Feierabend. Bist du bescheuert? Ja, der kann doch nicht da schon wieder reinfliegen, so völlig irre. Die drehen komplett durch und ich habe jetzt genug, sagt er. Ich beschwere mich jetzt, stapft von dann. Diesmal kann Cassie ihn nicht beruhigen und marschiert geradewegs bei der Janeway ins Büro rein, ja. Ich habe gehört, der Nebel ist ein Monster. Nein, ist kein Monster, ist eine Lebensform. Wir sollen da jetzt wieder rein? Ja, müssen wir, wir haben es verletzt, wir müssen ihm helfen. Da mache ich nicht mit, das mache ich nicht mit. Sicherlich ist Nelix hier aufgebracht und ist ja jetzt auch so un-Star-Trek-mäßig unterwegs, dass er das nicht will. Aber Simon könnte die Janeway mal so ein bisschen deeskalierend auf ihn einwirken. Die arbeitet ja demonstrativ an ihrem Computer und an ihrem Pad weiter und guckt ihn nicht an und vermittelt ihm, ich nehme das, was du hier erzählst, nicht ernst. Du nerviger Nervbold. Einerseits gebe ich dir total recht, das ist nicht besonders klug von ihr, andererseits fühle ich an der Stelle mit ihr, es gibt nur Probleme. Die Folge ging schon los mit Problemen für sie, also mit auch profunden Problemen, so. Ich komme nicht mit dieser Rolle hier überhaupt klar. Und dann geht alles den Bach runter. Alles läuft scheiße und jetzt haben wir auch noch ein Lebewesen verletzt, ja. Und müssen das, und dann nervt er und dann kommt das. Und jetzt kommt der da reingestürmt und macht hier einen Riechen, ja Mann, ich habe andere Probleme. Und ja, sie müsste eigentlich, und du hast, also ich gebe dir recht, das ist nicht klug von ihr und sie müsste eigentlich da besser sein. So ein bisschen kann ich es verstehen, aber nur so ein bisschen. Es würde ja allein schon reichen, wenn sie ihm angucken würde, während sie das sagt, was sie sagt. Und ihn nicht so, so, ja. Sie kann ja immer noch dasselbe sagen und dieselbe Message rüberbringen. Und ich glaube sogar, Neelix würde es eventuell sogar ein bisschen bereitwilliger akzeptieren, was er da hört, wenn sie ihn angucken würde. Vielleicht, ja. Stattdessen bringt sie ihn jetzt durch diese Ignoranz so weit, dass er sagt, ich will, dass ihr mein Schiff, was ihr da unten im Hangar stehen habt, dass ihr das startklar macht. Ich will losfliegen. Cass und ich warten dann draußen, bis ihr fertig seid mit dem, was ihr davor habt. Ja, ja, machen wir, wenn du fertig bist. Ich habe jetzt keine Zeit dafür, die Leute haben keine Zeit. Und das geht nicht. Und du bist jetzt dismissed. Ja, dieser berühmte Wegtreten, das berühmte Ende einer jeglichen Konversation. Und dann ist er total baff. Was ist das? Was ist das? Das ist das Wort und so. Ja, raus. Wir müssen. Und dann bringt sie ja diesen Jona-Wahl-Vergleich. Jonas und der Wahl-Vergleich, wir müssen in den Wal zurück, wie Jonas das musste. Also diese Geschichte aus dem Alten Testament mit dem Typen, der da in dem Wal hockt. Ja, Nelix ist total platt einfach nur, läuft raus auf die Brücke, guckt so zu Tuwak hoch und sagt, Jona und Wal. Und Tuwak muss sich auch denken, ach du Kacke, jetzt geht es bergab mit diesem kleinen, lustigen, igelhaften Mann. Ja, Jonas, Jonas und der Wal ist halt auch, das kennt er ja nicht, ne? Denkt sie jetzt auch, was? Ja. Wie will die denn? Aber verzieht sich auch, während jetzt die Fachleute von Starfleet ans Werk gehen. So ist das, ja. Man geht da rein, also man fliegt wieder zu diesem Wesen hin, dringend so, man sieht auch diese Wunde, dieses Loch, das man da reingerissen hat. Eine große Wunde auch, so auch in Bezug auf die Größe des Nebels. Und man fliegt da jetzt rein, so. Und wird sofort attackiert. Und klar, ne, also man ist da wieder drin und das Wesentliche, man weiß ja nicht, ob es ein Bewusstsein hat oder sonst irgendwie was, aber die körperliche Reaktion sozusagen ist scheiße. Da ist schon wieder dieser ekelhafte, dieses Messer in meinem Körper, das muss da raus. Diesmal nimmt das die Form von so einem Gewitter an. Es kommen keine blauen Sachen angeflogen, so ein Gewitter immer. Und man verliert schnell die Kontrolle über die Trägheitsdämpfer. Und dann passiert etwas total Verrücktes, Simon. Die Voyager fällt nach unten. Und da habe ich schon gedacht, es gibt kein unten eigentlich. Die fällt so nach unten. Und das ist ja nicht die letzte Verrücktheit. Denn das scheint ja schnell zu gehen, die Reise. Aber weil es so nach unten geht, sind die alle auch so nach vorne. So wie wenn du irgendwie in so einer Achterbahn so nach vorne hängst. Und ich habe gedacht, wenn man schnell nach unten fällt und die Trägheitsdämpfung ist weg, dann dürften die nicht alle nach unten. Die müssten alle an der Rückwand kleben. Ja, genau. Ja, das fand ich so ein bisschen, ja, als wenn du in den, ja, als wenn du in den, was wir da so mitbekommen sollen, ist, glaube ich, sehr nautisch. Man guckt so in den Meeresstrudel rein und alles neigt sich so nach, in Richtung Abgrund. Aber das ergibt im Weltall halt nicht so viel Sinn, ne? Ist auch vielleicht auch so ein Fantastic-Voage-Ding, wo das Schiff ja auch mal so durchgeschüttelt wird und so, indem sie da drin hocken, ne? Ja, aber ist natürlich eigentlich Quatsch, was wir da sehen. Das ist richtig, ja. Jetzt gibt es ja noch ein weiteres Problem, ne? Also erstmal Schaden überall, ne? Leute fliegen durch die Gegend. Schilde halten, aber es geht runter langsam. Und jetzt ist es auch noch so weit, dass man Deutorium ablassen muss. Also man muss jetzt die Energie, die man eh schon eigentlich viel zu wenig hat, muss man jetzt noch ablassen, um, ja, einen Warp-Kernbruch zu verhindern oder irgendwie sowas. Schweren Herzens macht man das und dann kehrt auch mal für kurze Zeit wieder Ruhe ein, leckt seine Wunden. Man hört, ach, hier, wir haben so ein paar Verletzte, da unten ist ein Leck. Und das Schlimmere ist, oder das Bedenkliche jetzt in dem Moment ist, wir sind tiefer, tiefer, tiefer im Bauch des Wals drin als jemals zuvor. Da hinten können wir schon die Darmzotten erkennen, Simon. So tief sind wir drin. Richtig, ja. Also alles geht schief. Ja. Richtig, richtig fies. 14 Verletzte auch übrigens noch, muss man ja auch noch mal erwähnen. Man überlegt, wie kommen wir denn hier wieder raus? Wir können den Kahn nicht anmachen, sonst geht es wieder los. Wir haben eigentlich keine Möglichkeit. Aber man befindet sich ja in einem Körper. Und in diesem Körper gibt es einen Kreislauf sozusagen, eine Art Zirkulation. Ein System, das findet man raus, weil der Körper versucht, die Wunde zu heilen und schickt über diese Zirkulation Energie dahin. Also wie man sich das so vorstellt, wenn man sich den Finger schneidet, kommt Blut raus. So, und jetzt kommt man auf die Idee, ich weiß gar nicht, wessen Idee das war, wessen Idee war das? Dass man über dieses Zirkulationssystem an die Wunde kommt, ohne den Motor anzuwerfen. Chakotay sagt das. Chakotay, I have an idea. Der sagt nämlich, ja, guck mal, jetzt wo wir hier den Motor abgestellt haben, ist alles ruhig. Und wir sind ja sowieso in so einem Ding. Also halten wir doch mal schön still und irgendwann kommen wir schon wieder an der Wunde vorbei. Ah, und damit das dann noch alle verstehen, kommt wieder so eine Voyager-Metapher, die aber eigentlich eine Geordi-Metapher ist, wie ich finde. Dann sagt der Paris nämlich, ah, wir surfen wieder zurück. Geordi hat auch mal irgendwas von Surfen gefaselt, schon mal in seiner Karriere. Aber gut. Das machen wir, sagt die Janeway. Und dann passiert was, da bin ich fast auf dem Stuhl gefallen. Auf dem Sofa bin ich geplumpst, ja. Die Tür geht auf und es ist ein Quark-Moment eigentlich, ja. Neelix und Kes kommen rein und beide haben ein Tablett in der Hand. Die haben einen kleinen Imbiss vorbereitet. Ist das nicht super, Simon? Erst heißt es so, jetzt geh mal weg. Dabei hat er so eine Paté dabei und Zwiebelschips und so gefüllte Blättlein, die aussehen wie Dolmadacchia. Habe ich im Vorgespräch schon gesagt, ich hatte großen... Weinblätter, gefüllte Weinblätter. Gefüllte, man hätte großen Dolmadacchia-Hunger, als ich das so sah. Aber Neelix erklärt das auch. Zum einen, wenn es mir scheiße geht, muss ich kochen. Und zum anderen, ich will mich jetzt auch darum kümmern, was mit den Leuten ist, wenn es denen scheiße geht. Denn in diesem Moment übernimmt Neelix einen weiteren Job, den er bis zum Ende haben will. Er wird der Moral-Officer, der, naja, wie übersetzen das, nennen sie das Moral-Offizier? Weil Moral ist ja eigentlich... Moral-Offizier, glaube ich. Ja, aber Moral ist ja eigentlich noch mit was anderem im Deutschen so. Aber ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ja. Es geht ja nicht um die Moral, dass sie sich alle tugendhaft benehmen, wenn er da ist, sondern dass die Stimmung gut ist. Eigentlich ist er ja der gute Stimmung-Offizier, will er damit sagen, ne? Und nicht Moral. Das ist richtig, ja. Eine gute Moral herrscht, ja. Ja, genau. Ja, und Janeway will ihn eigentlich erstmal rausschmeißen wieder, aber dann irgendwie gibt sie sich geschlagen und sagt, na gut, nimmt so ein Ding. Und dann sagt er, jetzt singen wir noch ein bisschen gemeinsam, ja. Aber das, jetzt übertreibt es mal nicht und gehe wieder. Und dann futtern die halt dieses Ding. Also Janeway selbst beißt ja nur zweimal ab, aber hinten sehe ich den Chakotay sitzen. Ja, und er hat so... Ich glaube, der mampft das ganze Ding weg. Sau lecker, müsste er sagen. Mh, Captain. Mh, tasty. Ja, irgendwie, also das kam völlig überraschend. Und sowas habe ich auch noch nie gesehen, in der Form, bei einer Star Trek-Serie. Ja, und es ist aber auch gut, dass es jetzt zugelassen wird von der Janeway, weil hier im Delta-Quadranten gelten andere Regeln. Wenn der ankommt mit Weinblättern in der Krise, ja, vielleicht ist das nicht das Schlechteste. Vielleicht ist das nicht das Schlechteste, ne? Vielleicht muss ich ein bisschen Dinge anders machen. Und jetzt ist man angekommen und stellt fest, das Problem ist, also wir können ja nicht so viel machen, ja. Ja, wir können da eigentlich nicht wirklich helfen. Also, achso, und was ich schön finde, das muss ich auch vielleicht noch vorher sagen, hier sitzen alle auf der Brücke. Also Cass und Neelix nehmen Platz, links und rechts von Chakotay und Janeway. Und dann schafft man es auch noch, den Doktor dazu zu holen. Ja. Ja, dass jetzt mal alle auf der Brücke sind irgendwie, ja, Teil der Brückenszene sind. Denn der Doktor hat eben, jetzt kommt er mit seiner Weisheit. Jetzt kommt diese, diese Nähgeschichte. Denn es heilt zu langsam und wir kriegen mit unserem nukleonischen Strahl das nur auf 0,04 Prozent Wachstum. Das heilen, das reicht alles nicht. Und dann sagt der Doktor halt, ja, jetzt müssen wir mal ein Uraltes machen. So wie, wo der Pille gesagt hätte, das war barbarisch. Ja. Ja, wir müssen nähen. Wir müssen nähen. Das gab es nämlich früher mal, nähen. Janeway sagt, was, nähen? Was willst du denn hier nähen? Ja. Was haben sie vor, Simon? Die Voyager wird im Grunde die Nähnadel, ja. Und die kann dann die Energie irgendwie da reinbringen. Und wie das genau funktioniert, weiß ich nicht. In meinem Kopf war ich an diesem schönen Ort, von dem ich dir erzählt habe. Als die erzählt haben, wie sie das genau machen, ja, irgendwie leiten die die Energie dann so um, dass das funktioniert. Ja, Voyager geht in das Loch rein und ordnet sich so richtig aus, dass die Achse des Schiffes entlang der Wundkante ist. Vorne ein Heilstrahl raus, hinten ein Heilstrahl raus und dann zieht sich das so Richtung der Voyager zusammen. So, super erklärt, genau. Ja, jetzt wissen wir genau, was die da gemacht haben. Ja, schön finde ich an der Stelle, dass man sich jetzt überlegt, ja, toll, und wie sollen wir da hinkommen? Wir werden ja auch sofort attackiert. Wir können ja nicht einfach da bleiben. Und dann sagt der Doktor, das ist euer Problem, nicht meins. Doktor out. Was ich auch irgendwie gut fand an der Stelle. Ja. Und dann sagt aber, dann hat der Tom die große Idee oder bringt die Janeway Bessler auf die Idee. Und der sagt, oh, das ist ja, wie wenn er so einen Hund von so einer Wunde abhält. Ah, mögen sie Hunde, Mr. Paris? Und jetzt sagt der Paris etwas in seiner Mr. Paris-Betonung, was er sehr oft in dieser Betonung sagen wird. Er sagt, yes ma'am. Das ist so sein. Du musst mir ja durch die Nase atmen, dann hast du es so. Yes ma'am. Yes ma'am. Ich weiß nicht. Yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. Ja, ich hatte immer einen Hund. Der atmet immer so schön. Yes ma'am. Ja, super. Also Hunde, toll. Und als mein Hund mal Aua hatte, dann musste ich den ja ablenken. Und genau das können wir hier auch machen. Wir machen eine Mikrosonde fertig, der Klasse 4. Die schicken wir ab. Dann denkt das Ding mal irgendwie nicht kurz an diese Wunde. Und wir können diese Zeit nutzen, um eben das zu tun, was wir tun wollen. Wir haben aber nicht viel Zeit. Also zehn Sekunden ungefähr. Dann ist die Ablenkung vorbei und dann sind wir kaputt. Oh, ich hätte lieber 20 Sekunden, meint der Paris. Ja, sagt Jamie, glaube ich dir. Es sind aber zehn. Und dann sagt er auch was Wunderbares. Zehn klingt gut. Und dann macht man genau das. Man hämmert. Man wirft quasi ein Bällchen oder ein Stöckchen. Und der Hund, in diesem Fall, in Form dieses Gewitters, geht da so hinterher. Laufen die Blitze alle hinter dieser Sonde her. Und dann kann man die Nähnadel anschmeißen. Tschup, tschup. Und jetzt geht es natürlich zu, was natürlich auch nicht so ganz einfach ist, weil sich dann auch diese Materie, diese Zellwandmaterie, dann der Voyager nähert. Man muss da also auch rechtzeitig rausfliegen, bevor man da zerquetscht wird von dieser sich schließenden Wunde. Aber das gelingt. Ja. Also es gelingt. Man schafft es, das Ding zu schließen, fliegt rechtzeitig raus, klappt alles. Und man hat das Wesen geheilt und ist nicht selber dabei zerstört worden. Alles super? Nein, nicht alles super. Aber, denn man hat es geschafft, seine Energie nochmal zu verringern. Und jetzt wird es dann gesagt, knapp. Ja, die Tanknadel nähert sich bedenklich diesem roten Reserve-Ding. Wenn es gelb leuchtet, geht es gerade noch. Wenn es rot leuchtet, dann ist es aber richtig scheiße. Und deswegen sagt Janeway in einem Logbuch-Eintrag vor dem Epilog, da sagt sie noch, naja, der Nelix kennt da irgendwie so einen Planeten, da fliegen wir mal hin. Da könnten wir Energie. Aber es ist wieder eine Ablenkung. Also wir müssen unseren Kurs ändern von unserem Kurs nach Hause und müssen zu diesem Planeten fliegen, um da irgendwie an Energie zu kommen. Schlimme Zahlen und Fakten, ja, 20 Prozent der Energie ist weg. Ein Fünftel hat man verpulvert bei diesem Versuch, Kaffee aus dem Nebel zu zapfen. Und jetzt fliegt man 14 Jahre, 14 Lichtjahre fliegt man umweg. 14 Jahre umweg wäre scheiße. Das wäre richtig scheiße. Das wäre nochmal richtig scheiße. Ja, so viel dazu, dass wir hier die Stimmung heben. Aber Simon, ich glaube, dadurch, dass man hier die teuren Werte der Sternenflotte und der Föderation nicht verraten hat und so ein Abenteuer gehabt hat und dann da doch das geheilt hat und dem Ding geht es wieder gut. Simon, ich glaube, das ist für die Stimmung gar nicht so abträglich, wie die Janeway das jetzt hier prophezeit. Ja, ich glaube, es schweißt auch zusammen, wenn man merkt, wir sind jetzt hier und halten trotzdem an unseren Idealen fest und hatten halt mal so ein Abenteuer jetzt hier. Wir haben ja immer noch unsere Gesundheit. Mir hätte, ich hätte das auch alles gekauft. Ich hätte gerne so eine Seska gesehen. Ja. Ich hätte gerne so eine Seska gesehen in so einer Szene oder vielleicht eine Unterhaltung sogar, wo die sagen, boah, schön, dass wir es geschafft haben. Und wir haben sogar das Leben gerettet. Ich weiß nicht. Ja. Sie hat uns gekostet. Sie hat uns Energie gekostet. Sie macht ja alles schlimmer, weißt du, um schon so ein bisschen zu zeigen, es gibt immer noch was Disruptives. Aber ansonsten, ja, würde ich dir zustimmen. Das war, man hat zusammen dieses Problem gelöst und das war ja euch gefährlich. Ja, es müsste so eine Bild-zeitungshafte Kraft geben an Bord der Voyager. Ja, genau. Exakt, das meine ich, weil die gibt es im wahren Leben auch. Ja. Und deswegen, das wäre gut gewesen. Ja, jetzt ist Zeit, langsam mal in die Haia zu gehen. Harry und Janeway stehen im Turbolift und Janeway erzählt, Harry sagt so, na, was machen sie? Gehen sie schlafen? Ich rede noch mit dem Tier. Dann gehe ich ins Bett, der Chaco, der hat mir da einen tollen neuen Trick gezeigt. Sagt der Harald. Und dann kommt ihm eine Idee. Dann springt er über seinen Schatten, dann wird der Harald plötzlich, ja, zum Partyängste. Nein, so ist es nicht, aber er hört eben nicht auf Paris, sondern er folgt seinem Herzen in diesem Moment. Ich mag jetzt nicht oberhalb meines Ranges sprechen, aber wenn sie mitkommen möchten, sie sind sehr willkommen. Und Janeway springt an und sagt, wohin denn? Und jetzt kommt das, dass beide sich über dieses, das geht doch nicht, das kann man doch nicht machen. Jetzt am Ende so hinwegsetzen und sich begegnen. Und es kommt dieser Epilog auf dem Holodeck, Simon. Ja, wir sind jetzt wieder in dem französischen Bistro. Chaco, der ist dabei, spielt ein Poolspiel gegen den Paris, ja. Und plötzlich platzt Janeway da rein. Und alle so, oh, was macht die denn hier, ne? Hey, Gigolo kommt an. Und das ist wirklich, da musste ich mit Janeway lachen. Weil der ist halt so übertrieben, wie der da ankommt, ja. Ah, wunderschöne Frau. Ja, so schöne Frau. Oh, möchten Sie mit mir tanzen? Sagen Sie mir Ihr Lieblingsnit? Und später werde ich Sie mitnehmen, ja. In meine, in meine Haus. Und werde Liebe machen mit Ihnen und sowas. Und dann muss sie tatsächlich lachen. Und das ist auch sehr lustig, wie er das so sagt, ja. Ich finde es auch lustig, dass das dem Tom richtig peinlich ist. Oh, das hätten Sie nicht sehen sollen. Ja, ist okay. Ich will ja auch hier ein bisschen bei dem Spaß mitmachen. Also sie nimmt das sportlich. So ein Genre wäre jetzt so, äh, äh, was? Oder vielleicht gewesen, ne? Und jetzt sehen wir mal, wie Bellana das nimmt, die nämlich auch da ist. Die wird von diesem Gaunt Gary auf so unfassbar unangenehme Weise auch angeflirtet. Er sagt nämlich so, ah, ich habe mit den Frauen noch eine ganz andere. Ich behandle einen Tramp wie eine Lady und eine Lady wie einen Tramp. Das funktioniert immer. Tom? Ja, was denn? Du bist ein Schwein und dieser Typ ja auch. Geht weg. Ja, also so landet man bei Bellana nicht. Richtig, ja. Und dann am Ende spielt tatsächlich Janeway noch ein bisschen Pool, ja. Hat nicht so viel Ahnung davon, sagt sie zumindest. Sagt doch mal zu Chakotay, gib mal deinen Stock her. Das heißt Kö. Scheiß Kö, sagt er, ne? Ja. Und dann macht sie halt so ein, ja, und das ist natürlich, das, ach, das mag ich nicht gern sehen. Dann macht sie den Anstoß, ja. Und dann gehen irgendwie fünf Kugeln rein. Und das nächste ist dann schon die Acht, die sie dann versenkt, ja. Die schwarze Acht als letzte Kugel. Ja, die, die kann's halt, ne? Die, die J-May. A Kuchi Moya, ne? Die ist die größte Hasslerin unter allen. Hat sich noch so ein bisschen blöd gestellt, aber die ist mit allen Wassern gewaschen. Und die Folge endet mit einem Logbucheintrag von ihr, wo sie dann hier vier Fäuste für ein A Kuchi Moya macht. Also jetzt erzählt sie schon diese Chakotay-Sachen und wiederholt dieses, dieses Gebet. Wir sind weit von den Gebeinen unserer Großväter entfernt und vielleicht gibt es dieses eine übermächtige Wesen, das diese Crew in seine Arme schließt und dann, und ihnen Antworten gibt. Und das soll natürlich jetzt nicht, Simon, so habe ich das verstanden, so ein Manitou oder so ein Gottesglauben hier ausdrücken, sondern damit soll uns doch eigentlich nochmal in Erinnerung gerufen werden. Wir suchen diese andere Caretaker, dieses andere Wesen. Ja, das ist halt, das ist beides. Also sie nutzt halt dieses höhere Wesen als Metapher für das höhere Wesen, was sie tatsächlich suchen. Ja. Also sie meint natürlich den zweiten Caretaker oder die zweite Caretaker oder irgendein Wesen, das halt die Macht hat, die Voyager nach Hause zu schicken. Aber ich glaube, das meint man schon und ich finde es gut, das vergisst man ja später zu sehr. Ja, ich finde es gut, dass das immer noch hier so ein bisschen ist wie dieser einarmige Mann oder dass der Banner die Heilung finden möchte dafür, dass er zum Hulk wird oder so. Dass das ab und zu nochmal erwähnt wird, dass es ja ein Ende der Reise geben könnte, wenn man nur, wenn man nur dieses Wunder finden würde, was ja auch im Raum steht. So ist es. Ja, so ist es. Ja, Sebastian, dann müssen wir jetzt zum Fazit schreiten, wie wir das so finden. Ja, die Science-Fiction-Handlung, ich fange einfach mal an, okay? Gerne. Die Science-Fiction-Handlung, ja, die ist angenehm klein, weil es ist ja, wie gesagt, was, das haben wir schon mal in der Zeichentrickserie gesehen, ein bisschen hat es mich auch erinnert an die Next-Generation-Folge, wo der Geordi mit der Lea Bramstar hier Galaxy's Child, oh, jetzt ist die Mutter tot und jetzt denkt dieses Kind, die Enterprise und wir müssen das zu so einer Herde bringen und wir müssen diesen Fehler da reparieren. Das ist jetzt nicht das Neueste unter der Sonne, nicht das Kreativste unter der Sonne, da haben wir schon pfiffigere Science-Fiction-Plots gesehen, aber der Michael Piller hat das ja bewusst untergeordnet, als er gemerkt hat, das funktioniert gar nicht so sehr und stattdessen hat er hier den dritten Pilotfilm geliefert für mich. Kerträger und Parallax hat uns gezeigt, wie die Crew zusammenfindet und die Berlana ihren Platz finden und was dann auch so an Dynamiken ist und er macht hier den, wie ich finde, sehr, sehr klugen Move und so früh in der Serie nochmal eine Folge zu geben, die die Charaktere nochmal verständlicher macht, nochmal mehr overbringt, um wieder diese gute alte Wrestling-Metapher zu verwenden. Und das finde ich richtig gut, weil das hilft einfach, die Charaktere so früh in der Serie nochmal plastischer, nochmal mehr kennenzulernen. Das kannst du nicht jede Woche machen, weil du dann irgendwann mal denkst, nee, ihr müsst auch hier mal Geschichten erzählen und ihr könnt nicht nur diese Aneinanderreihung von Charakterszenen machen. Also diese ungewöhnliche Erzählweise, wie wir sie hier sehen, sollte so sparsam angewendet werden, wie sie dann am Ende angewandt wird. Aber das muss erlaubt sein, das muss drin sein und so wie es hier ist, ist es sogar sehr gut geschrieben und sehr gut gespielt. So langsam verstehe ich diese Leute, mit denen wir da unterwegs sind, alle so ein bisschen. Jene hatte schon mal was, außer Tuvok. Tuvok ist immer noch erstaunlich unausgearbeitet, aber alle anderen kommen langsam so an. Das finde ich gut. Das macht die Serie richtig, uns Zeit mit den Charakteren verbringen zu lassen. Und Simon, dafür gebe ich den Daumen nach oben. Es hat mir Spaß gemacht, das zu sehen. Wie ging es dir? Also was ich gut fand an der Episode ist, dass die war irgendwie wahnsinnig schnell um. Also die hatten ein echt gutes Tempo, weil es halt viele interessante Sachen zu sehen gab. Also diese ganzen Charakterszenen, die auch überraschend waren an einigen Punkten, womit man nicht so gerechnet hat. Das fand ich extrem cool. Ich fand die Sci-Fi-Story, das hast du eigentlich schon gesagt, ordentlich. Also das kann man machen, es ist nichts super Originelles, aber es ist was schön Star Trekiges. Es ist halt so eine klassische Star Trek-Geschichte, wenn wir irgendwo Scheiße bauen, dann müssen wir das auch wieder gut machen. Auch wenn das Ding nicht so aussieht wie wir, ja, und wir das vielleicht nicht ganz verstehen. Obwohl wir eigentlich in der Situation sind, naja, wo man, wenn man ein bisschen skrupelloser sagen würde, der Scheiße ist uns egal, wir müssen nach Hause, ja, es ist halt egal. Aber das wäre nicht Star Trek und das zeichnet Star Trek ja auch aus. Oft sage ich immer, das ist manchmal naiv, was wir sehen und unrealistisch und wenn man das so vergleicht mit der aktuellen Welt und sowas. Aber deswegen mag ich Star Trek ja auch, für diesen besseren Umgang, der uns da gezeigt wird miteinander und sowas. Die Chakotay-Szenen, das hat mich immer genervt, diese klischeeartige Darstellung. Ich habe mein Medizinmäppchen dabei und jetzt machen wir Halluzinationen und sonst irgendwie was. Das mag ein gewisser Teil davon sein, ich fand das immer langweilig, mich hat immer so geärgert, dass das so im Vordergrund steht bei ihm, ja. Vielleicht ist das auch gar nicht so, aber in meiner Erinnerung kommt das total oft vor. Obwohl es viel interessantere Sachen zu erzählen gibt, die ja auch Teil dieser Kultur sind, als jetzt dieses alte Ding mit dem Spirit Animal und mit der Feder und mit den Gräsern und mit, ach, und den Pahnflöten. Die wir zum Glück hier, glaube ich, nicht gehört haben, die Pahnflöten. Ich kann aber mittlerweile tatsächlich mehr damit umgehen, weil ich den Humor darin sehe. Ich weiß nicht, ob er intendiert war, aber ich habe ja schon mal gesagt, dass ich Robert Beltran irgendwie witzig finde. Ich finde den als Typen irgendwie witzig. Ich gucke dem gern zu. Ja, ich finde den auch, wenn er ernsthaft ist, hat er immer so ein bisschen was Komisches. Vielleicht ist das auch so, weil der Schauspieler selbst teilweise auch dachte, was mache ich hier eigentlich? Was ist das hier eigentlich? Ich mache das jetzt einfach mal. Und deswegen kann ich da besser mit umgehen und ich kann mich dann so, sagen wir mal, humorvoll ein wenig davon distanzieren, was awkward ist und peinlich und dann auch noch auf den Aussagen von diesem komischen Typen da basiert. Das ist ein interessanter Werdegang, den wir vorhin besprochen haben, diesen Highwater, ja. Und deswegen hatte ich mir jede Menge Spaß mit der Episode. Ich würde nicht so weit gehen, das als Pilotfilm zu bezeichnen. Es ist für mich jetzt kein wirklicher Kickoff in dem Sinne, aber es macht, wie du richtig gesagt hast, manche Charaktere greifbarer, nahbarer und gerade auch Nelix. Ja, finde ich gut. Und das Einzige, was ich nicht so mag, ist dieses Setting in dieser Kneipe in Paris. Nichts, weil ich irgendwas gegen dieses Setting habe oder gegen die französische Bistro oder, Gott bewahre, gegen Franzosen, sondern ich finde das halt mit diesem Billiardtisch und diesem Gigolo und diesem Billiardspieler und das ist so, ich finde das irgendwie so einfallslos. Ja, ich finde, hält mir da irgendwie ein bisschen mehr. Die Charaktere machen auch nichts damit richtig, ne? Verrückteres hätte ich mir, eine Tiki-Bar oder. Ja, die kommt ja noch. Ja, vielleicht so eine Strandbar tatsächlich irgendwie, ja. Deine Wünsche werden erhört, Simon. Oder eine 70er-Jahre-Disco. Ja. Oder, weiß ich auch nicht. Vielleicht einen Irish-Pub hätte ich sogar noch besser gefunden. Also, ich weiß auch nicht. Irgendwie, naja, ich finde das so ein komischer Mischmasch. Macht aber nix. Gute Folge, auch Doktorszenen, über die ich wirklich lachen musste, also die ich wirklich witzig fand. Deswegen geht für mich auch der Daumen nach oben. Also, ich weiß sogar nicht, warum man den Daumen nach unten geben sollte. Also, ich finde die Folge gelungen. Sieh mal einer an. Schon wieder ein Doppeldaumen nach oben. Voyager hat aktuell noch, ist noch ganz gut auf Kurs. Ja, so einen kleinen Hänger hatten wir bisher, kann man mal machen. So, Hänger braucht ihr bei uns nicht zu haben. Nein. Nächste Woche, Dienstag, wird nicht gehangen. Nächste Woche wird am 2. Januar, wenn ihr euren Rausch, eure Party, was nicht alles ausgeschlafen habt, gehen wir schon wieder nach Deep Space Nine, Simon. Und reden worüber? Über die Folge Profit Motive. Motiv. Auf Deutsch, das Profit der Motiven. Nee, das Motiv der Propheten. So, vorher aber. Klingt so hakelig, das Motiv der Propheten. Klingt so unfassbar hakelig. Aber da reden wir noch drüber, ja. Ja, ja, den Titel, da habe ich einiges zu zu sagen. Aber wir waren, wir sind so lang heute, Simon. So lang, so lang, so extra lang. Vorher könnt ihr auch, apropos lang, eine Rückspultaste fahren am Jahresende, am 29. Am Freitag kommt nochmal mit Simon und mit mir, mit uns beiden Tattnasenbären zum Jahresausklang eine schöne, gute, alte Rückspultaste. Und damit legen wir dann das Jahr 2023 schlafen und freuen uns darauf, euch 2024 dann mit Profit Motive als erster Sendung aus unserer Schmiede im Jahr 2024 begrüßen zu dürfen. Das soll es doch jetzt mal gewesen sein. Kommt gut rüber. Es war schön mit euch. Ein tolles Jahr haben wir gehabt. Oder, Simon? Tolles Jahr. Absolut. Fantastisch. Anstrengend. Aber wunderschön. Dank euch. Dank eurer Unterstützung. trackamdienstag.de slash unterstützen. Bitte nicht nachlassen. Macht's gut. Einen wunderschönen Jahreswechsel wünschen wir euch. Bis dann. Tschüss.